So, Jörn und ich, wir sitzen hier mittlerweile auf unseren Kommentatorenplätzen. Gute Sicht? Ja, sehr gut. Also ich glaube, mit die beste Sicht. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich habe das ab und zu mal gemacht. Wir hatten ja letztes Jahr auch das Glück, dass der MDR da war. Auch in der Kombination mit der Staffel von Daniel. Das war so genial. Um einfach mal zu zeigen, was den Leuten drauf ist, zu zeigen, was hier abgeht. Du hast ja gesagt, ihr habt sonst knapp 1000 Zuschauer hier in der Halle. Wenn man jetzt Vorstand Marketing ist, wie müde die Sitz-Fan denn in so einer Halle, wenn man sieht, wie leer die dann eigentlich dann doch ist. Ja, es ist ärgerlich, zumal die Fan-Couture ja auch Wahnsinn ist. Also ich mag es einfach, die Jungs unterstützen uns, die fahren auch mit zur Auswärtsspielen. Und wenn man dann einfach, ja, ein Drittel nur drin hat in der Halle, dann ist das nicht so schön. Auch für die Jungs unten auf der Platte. Das, ja, es pusht halt einfach noch mehr, wenn die Halle hier voll ist mit 1000 Leuten und die flippen hier komplett aus, wenn du einen Dreier triffst. Das ist, das ist, das merkt man. Aber was mir schon aufgefallen ist als Fußballreporterin, dass ihr viele 1. FC Magdeburg-Fans zugegeben seid. Ja, 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 das ist halt die Verbindung. Ja, also es ist ja auch so, auch ich gehe ab und zu mal zum Fußball. Und ja, wir haben hier drei, vier, fünf große Vereine. Der FCM ist halt der größte mit. Und, ähm, aber die Fans sind halt im Stadion um 14 Uhr meistens und kommen dann zu uns danach, weil wir um 18 Uhr mal spielen. Und, äh, das ist schon schön. Ja, dann kommt die meistens jetzt aktuell ja mit dem Sieg immer im Gepäck hierher. Und, äh, dann fassen wir das, genau. So wie heute gegen Freiburg, ja? Genau, genau, genau. Und dann versuchen wir das gleiche hier nachzuziehen. Und, äh, ja, das ist schon schön. Du hast ja selber Volleyball gespielt. Was hat denn dich dann beim Basketball getatscht, dass du dann hier landest? Ja, äh, sowas, was hat mich getatscht? Also ich, ich bin im Marketing aktiv gewesen. Ich war, äh, in Wolfsburg, äh, in Marketing und, äh, bin dann hier über meinen Arbeitgeber, die SBB auch, die Hauptsponsor sind, ähm, zum Basketball gekommen. Zusammen mit dem Dirk Uhlemann, ähm, der ja nachher auch noch sprechen wird. Genau, im Spiel ist im Tötel, genau. Und, genau, da, 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 so bin ich hergekommen zum Basketball. Ist dein Puls jetzt normal oder bist du jetzt so dreieinhalb Minuten vorm Spiel dann schon aufgeregt? Also mein Puls beginnt eigentlich am Heimspiel mal um 13 Uhr, weil dann bin ich in der Halle zum Aufbauen von den ganzen Weil, wenn man das hier sich anschaut, das ist sonst nicht normal, die Halle sieht ganz normal wie eine Sponderhalle aus, also da sind viele Helfer dabei, die genau das so herrichten, wie es jetzt ist. Allein die Bodenaufkleber, die müssen jedes Mal nach dem Spiel abgezogen werden und vorm Spiel aufgeklebt werden. Ähm, ähm, also ab 13 Uhr geht mein Puls hoch, ist dann so gegen 17 Uhr am Höchstpunkt mit, weil ich hoffe, dass alles geklappt hat. Und eigentlich vorm Spiel, dann denke ich mir, okay, jetzt kann nichts mehr passieren und dann geht ihr eigentlich wieder runter, weil jetzt sind die Jungs auf der Platte dran. Aber wenn man jetzt so rund schaut, dann sieht man schon ganz viele diversen Sponsoren. Ist das quasi auch euer Modell, dass man diesen Basketball hier auf mehrere Füße verteilt? Ja, wir wollen, wir haben ja ein Konzept dahinter stehen, ähm, wir wollten ja auch von Anfang an hoch, ähm, haben da einen Fünfjahresplan gehabt, der das halt vorgesehen hat. Wir sind aus der Oberliga gekommen und sind halt auch vernünftigen Grundlagen mit den Sponsoren im Rücken einfach, ja, gewachsen, um jetzt da zu sein, wo wir jetzt sind. Und wir wachsen weiter, was super ist, ähm, und bieten, denke ich, auch den Zuschauern und auch den Sponsoren hier eine Möglichkeit, sich anzubieten, um, um auch weiterzudehnen, ja. Wachstum hat aber ja ein paar Ehrenrunden dann drehen müssen, ist dann mit dem Aufstieg geklappt, hat dann so das Zittern hier dann doch begonnen, oder? Ja, also als es dann hieß, dass, äh, Königs Westerhausen da nochmal einen Veto eingelegt hat und auch aufsteigen möchte, äh, da haben wir alle bloß gedacht, aber warum, lass uns doch einfach hoch. Äh, ja, aber ich glaube, das hat die Jungs auch nochmal sehr, sehr gepusht und haben, ja, hat man einfach gesehen, die hatten Bock, die wollten unbedingt hoch und das Ziel, was wir vor zwei Jahren eigentlich schon haben wollten, da uns aber damals gegen den Aufstieg entschieden haben und wirtschaftlich einfach den Corona, wir wussten nicht, wie das weitergeht, äh, ja, und haben dieses Jahr einfach, beziehungsweise letztes Jahr ist es ja jetzt schon, äh, ja, den Weg einfach gegangen in die zweite Liga. Also seid ihr jetzt optimistischer, was Corona angeht, dass man das halt wirklich auch durchhalten kann, weil gerade für Vereine, die jetzt nicht mit Millionensummen jonglieren, das ja eine sehr, sehr herausforderndere Situation ist. Auf jeden Fall, also, äh, zum Schluss müssen wir, glaube ich, äh, ja, mit dem Corona-Virus leben, äh, leben aktuell. Ja, und das ist auch immer ein lieben Lerner wahrscheinlich leider. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, also deutscher Versprecher, ja, ähm, aber ich, 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 naja, wir müssen es halt einfach machen, wir nehmen jetzt das so auf, auch mit den Zuschauern, mit den 270, wir sind froh, dass wir überhaupt Leute reinlassen dürfen, weil Geisterspiele sind einfach nicht für den, für den Fan schön, für uns nicht schön, für die Spieler nicht schön und mit dem Livestream hier ideal, ja, auch das alles nach außen mal zu tragen, was hier wirklich in der Halle los ist. Ja, vielleicht bald wieder mit tausend Zuschauern. Ja, das wäre schon schön für euch und für die Basketballfans, wenn die natürlich auch, äh, zu ihren Spielern und, äh, zu den Spielern in die Halle können, weil das fördert ja dann auch das Zusammenleben, was er so einen Verein dann auch schaffen möchte, ne, das gesellschaftliche Zusammenkommen auch am Ende des Tages. Ja, ich, ich, ich hatte vor, als das mit Corona anfing und wir keine Fans mehr reinlassen durften, hatte ich so eine ganz emotionale, äh, Begegnung mit dem Fan beim Edeka hier in Rommelstedt, der dann in Tränen ausbrach und sagte, was soll ich denn jetzt Samstag machen? Ich komme nicht mehr in die Halle, ich sehe meine Freunde nicht mehr. Ja, und das geht dann schon, na, und dann, man, man gibt denen hier eine Grundlage, eine freundschaftliche Grundlage, die Fans sind super, äh, haben eine extrem gute Verbindung, weil die Jungs auch meistens neben den Fans wohnen, ja, in den Blöcken und das ist, ja, das bindet halt einfach und wenn man dann seine Grundlage vom Samstag nicht mehr bekommt, dann ist das schwer. Wir haben gerade Eiko Potters gesehen, wie er nochmal eine Ansprache hält, was, äh, wird er jetzt diesen Männern nochmal mit auf den Weg geben, kurz vorher? Ja, ich glaube, jetzt gibt's nur noch ein paar Kleinigkeiten, äh, was die Jungs jetzt am ersten spielen, wer, wer auf der Platte steht, ähm, und, äh, ja, jetzt gibt's einfach nur nochmal Push, Push, Push und dann, man hat gerade gesehen, zwei, drei Spielsysteme hat er nochmal kurz aufgezeichnet, was er jetzt wahrscheinlich am Anfang gleich spielen möchte und, äh, ja, jetzt werden wir's sehen. Wenn man auf die andere Seite guckt, äh, zu dem anderen, äh, Chef Trainer, äh, Chris Schreiber, das ist ein so, äh, sehr junger Trainer, würde ich sagen, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall. Ist das für die Probe so typisch, dass die Trainer so jung sind? Ja, weil, wie, wie bei den Sixers, äh, die sind ja auch ein junges Team, ein Entwicklungsteam, ähm, die haben mit dem MBC auch, äh, ja, eine Verbindung haben. Ja, genau, Kooperationspartner, ja. Genau, Kooperation haben und demzufolge natürlich auch da auf die Jugend setzen, äh, wir haben da mit Lukas Kaslauskas, der letztes Jahr noch gegen uns in Aschersleben gespielt hat, also wir kennen uns und, äh, ja, genau das gleiche mit Alko Potters, dem, der damals aus dem, äh, ja, unserem Ex-Trainer, Co-Trainer war und dann aus dem Schatten hervorgetreten ist und gesagt hat, komm, wir versuchen mit ihm das, umgeben ihm die Chance zu erzielen. Ja, ja, er nimmt es sehr, sehr gut an und, äh, hat die Jugendschool entwickelt. Was ist zu Beginn dieses Spiels jetzt wichtig? Ich glaube, das Reinkommen in die Defense, also bei uns ist, äh, in den letzten Wochen die Defense nicht so gut gewesen, wir haben ja letzte Woche in Rühndorf verloren, das, äh, lag auf Grundlage auch, wir hatten viele Verletzte, wir waren nur mit sieben Leuten eigentlich da, Felix Niemann war zwar dabei, hat aber nicht gespielt, äh, und jetzt heißt es einfach versuchen, ja, Sprungball gewonnen, mal gucken, wie es jetzt wird, Philipp den Ball. Ist er gleich dran, der Kapitän, über den wir ja vorhin schon besprochen haben, zur Begrüßung. So, und unser Ami, der letzte Woche auch nicht dabei war. Und dann sind die ersten zwei Puppe. Und die erste Puppe sind neu, bei der Kampi, die Fetts! Beim Fußball ist es ja normalerweise so, dass, äh, das Gäste-Fan-Kontingent sich um die zehn Prozent bewegt, bei euch, wenn ich so in den Rund schaue, sieht es anders aus, ne? Also von Bitterfeld sind schon ein paar Leute mit dabei. Ja, 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 also ich glaube, im Basketball ist es sehr, sehr familiär und auch, ähm, ja, wir haben da keine, keine Konkurrenzdenken oder sowas, das ist zwar ein Dolby, das macht auch Spaß und das ist auch gut, dass die hier sind, da kommt ein bisschen Stimmung auf, aber, äh, wir haben, äh, ja, nicht das, das, äh, wie beim Fußball, dass du sagst, zehn Prozent nur, das, das geht nicht, ja. Und da waren die 24 Sekunden, wenn ich so gesehen habe, abgelaufen, richtig? Bei dem Angriff, genau. Und deswegen sind jetzt wieder die Baskets dabei. Und das hat er durch, super gemacht, mit einer kurzen Körpertauschung zum Top gezogen, also, ja, da merkt man halt, wenn Philipp da ist, äh, der, der bringt ganz, ganz viel mit. Ja. Seine, ja, jahrelange Erfahrung aus, äh, den Bundesligisten, die er gespielt hat, äh, ja. Ist ja aber Magdeburg mittlerweile sehr, sehr wie ein angestohlenes Papa geboren, also. Genau, genau, der hat, äh, einen kleinen Sohn, glaube ich, ne? Das sind die drei Punkte. Gute Defense. Das war frech, ja? Oh. Und das ist die erste Diskussion. Genau. Die Sixers wollen, glaube ich, einen Faul haben für den Dank, den er da vorbeigestupft hat. Jetzt wird die Diskussion, wer den Ball hat, wer noch zu viel dran war. Und die Sixers sind wieder am Ball. Genau. Lukas Kastlauskas, der, wie gesagt, letztes Jahr noch bei Ates eben gespielt hat auch. Und da auch nur eine sehr, sehr gute Sündung gespielt hat. Oh, der saß aber, der saß. Falls sich einer nicht so was bei Profi zu uns verirrt hat, sechs Meter, sieben, fünf ist die Linie, von der man dann drei Punkte erzielen kann. Jawohl. Und da ist es. Bill, Bill, ein Krabi, zwei Punkte. Also zwei Punkte für Bill, die er gemacht hat, plus noch ein Faul, die er es gezogen hat. Also schon jetzt Goldberg, dass er wieder mit dabei ist. Ja. Also Bill hatte ja leichte Rückenprobleme am Ende des Jahres, war letzte Woche auch schon mit dabei. Aber jetzt, glaube ich, wieder bei 100 Prozent. Und ja, er mit einer Wahnsinnserfahrung aus der zweiten und ersten Jahr. Drei Punkte spielen Bill, Bill, ein Krabi, die Vets! Was macht das mit euch, dass Jeremy Woods euch verlassen hat? Ja, also das war ja, wir haben darüber gesprochen, war ja auch lange verletzt, hat jetzt das letzte Spiel vor Weihnachten auch mitgemacht und hat sich dann einfach auch beide, also in einem vernehmlichen, ja, getrennt. Mal schauen, wo er jetzt unter Kompocke überhaupt noch weiter spielt oder nicht. Weil er wirklich mit Verletzungen zu tun hat in den letzten Jahren. Auch das hat er auch öfter gehabt. Und ja, wir werden sehen, wo er vielleicht, wo er vielleicht untersucht, freuen würde es mich für ihn. Das sind zwei Punkte für die Sixers. Steht gerade 8 zu 7 aus, um sich der Sixers in der Minute zu spielen sind, noch zu spielen. Und Martin für den nächsten Mal. Martin, get down off! Gute Defense. Und jetzt macht er schnell, Martin, schöner. Ja, Martin seit dieser Saison auch erst bei uns, auch ein super, super Junge, arbeitet bei uns bei SBB jetzt auch im Personalbereich. Ja, mit dem kann man auch mal ein Bier trinken gehen abends. Der ist wirklich ganz, ganz toll und ich bin echt froh, dass der da ist. Ich hatte ja vorhin mit Phil ein bisschen gesprochen, mit Phil Lisa, dem Kapitän. Und er meinte, dadurch, dass die Playoffs so im Juni hatte und nicht so viel Pause, ehrlicherweise, zwischen den beiden Saisons, merkt man dann jetzt schon, dass die Verletzungssorgen schon anwachsen. Ja, also wir hatten wirklich reine vier Wochen Vorbereitungszeit, also beziehungsweise drei Wochen, wo die Jungs mal nichts mit Basketball zu tun hatten, weil im Juni unsere, ja, Relegationsspiele zu Ende waren. Und ja, dadurch waren es so drei Wochen, wo die Jungs zum Runterkommen. Und nach so einer langen Saison, die wir da auch gehabt haben, jetzt in die Bundesliga zu starten, was eine ganz andere Vorbereitung auch ist, war das schon, ist das hart, das merkt man jetzt auch. So, die erste Auszeit ist genommen, in jedem Team stehen in dieser Spielzeit fünf Auszeiten hinzu. In der ersten Halbzeit dürfen insgesamt zwei Auszeiten genommen werden, in der zweiten dann jeweils drei. Wer hat ihn genommen jetzt? Ich habe gar nicht mehr gesehen. Das waren wir, das waren wir bei Alko, unser Trainer nicht zufrieden ist mit der Defense bei dem Dreier, weil das war jetzt schon der dritte Dreier, den sie getroffen haben. Und ich glaube, da hat Alko einfach die Faxen Dicks, auf gut Deutsch gesagt, und erklärt den Jungs mal, wie sie heute sind. Sind das dann Zuordnungs- oder Raumprobleme? Ja, sowohl als auch. Also, ich glaube, da sind einige Positionen, die nicht gehalten werden. Wir switchen halt auch, aber ja, das wird dann wahrscheinlich nicht ganz so durchgezogen, wie das ausgemacht ist. Die Jungs haben gestern Videoanalyse gemacht und dann wird ja genau alles bestimmt, wo wer spielt oder gegen wen er spielt und auch mit dem Switch und allem drum und dran. Und da ist Alko, glaube ich, gerade nicht damit zufrieden, was sie gestern besprochen haben, weil es nicht umgesetzt wird. Im Wechsel gibt es nichts, so wie es aussieht. Ist der Chef-Trainer dann eher jemand, der ruhig analysiert oder dann eher schon aufbraucht? Nein, Alko ist... Also, es gibt ja den zwei Trainer-Charakter, den von Bayern München, den Trecheri, der komplett ausflippt. Und dann gibt es einen wie Alko Potters, der wirklich komplett ruhig, auch mal laut werden kann, aber wirklich sachlich und das auch wirklich auseinander nimmt, die Situation. Und ja, das ist schön anzuschauen, ja. Schauen, mit zwei Punkten. Schoden, Teilbahn, E-Fitz! So, jetzt können wir gleich mal gucken, ob Sie es denn besser machen. Ja, genau, genau. Ja, ist wieder frei. Aber zumindest in dem Zustell des Mannes, der abgegeben hat den Ball, da waren Sie auf jeden Fall jetzt flexibler, glaube ich, unterwegs. Ja, weil der, der außen, ja, einfach im Eck wartet, der war komplett frei. Ja. Und ja, da ist wieder drei Punkte. Steht aktuell 16 zu 13 für die Sixers, noch fünf Minuten zu gehen. Ich wollte eben gerade sagen, es ist noch kein richtiges Derby, weil wir nur zwei Fouls bis jetzt haben. Und genau in dem Augenblick kommt das Foul. Ist es dann sonst witziger oder wie? Ja, also es ist halt ein Derby, Sachsen-Anhalt-Derby. Und ja, da gibt man sich wahrscheinlich auch mal ein bisschen, so ein bisschen was mit. Das war im Hinspiel auch schon ein bisschen, ja, mit viel Fouls. Und ja, ich habe drauf gewartet eigentlich. Aber noch ist alles entspannt. Ja, der wechselt jetzt bei uns. Marc Nagora ist gegangen und Dominik von Waden ist gekommen. Und da, bei der erste Zeit. Also jetzt können Sie sich noch mal beweisen. Ja. Dominik hat jetzt das ein bisschen jetzt schon unterm Kopf gerade. Da ist er. Also ich glaube, gefühlt sind die Sixers bei 100 Prozent, gerade bei der Dreierkunde. Ja, ich wollte gerade sagen, sie haben sehr, sehr glückliches Händchen oder viel Talent, du hast das angeht. Gut eingeworfen vom Spiel, würde ich sagen. Ja, es ist halt auch ein Spiel, dritter gegen fünfter Platz. Die Sixers haben ja noch ein Spiel weniger. Wir sind ja eigentlich, wenn Sie das mitnehmen, das Nachholspiel aktuell guckt gleich oder spielgleich. Ist halt nur eher auf Augehöhe, ja. Gute Defense von Martin. Umso spannender und umso schöner dann für den Zuschauer, hoffentlich hier in der Halle und auch bei uns natürlich. So ein Aufstieg, der bietet ja natürlich auch immer Chancen, aber auch Herausforderungen, die man nehmen muss. Wie sieht es denn um eure Nachwuchsarbeit aus? Ja, also wir haben einen Jungtrainer, wir haben, was wir ganz, ganz stark machen, ist Basketball auf Englisch. Da haben wir mehrere AGs, die wir auf den Schulen verteilt haben, wo sozusagen unsere Profis in den Schulsport hineingehen und mit den Kindern auf Englisch versuchen, Basketball zu spielen. Und das ist so ein Vorzeigepunkt, das wir hier in den Wolkenstädten mitentwickelt haben. Und das ist für die Kids überragend, weil sie wirklich diesen Englisch-Charakter... Ja, beim Spielen verliert man so ein bisschen die Scheu, Englisch zu sprechen und wird Basketball verbunden. Und wenn da einen John Talbot oder einer von unseren ausländischen Spielern hineingeht, dann ist das schon mal, wow, wer ist bist du denn? Das sieht schon gut aus. Und aus deiner Sicht, aus Marketing-Sicht, wofür steht der Basketball aus Wolkenstädten? Für was der steht oder aus was der... Genau, für was der steht. Also wir haben hier diese Kombination aus regionalen Firmen, die wirklich bei uns hier unterstützen, die dabei sind, die schon lange dabei sind vor allen Dingen. Also wir haben hier mit der Kantine, die uns von dem ersten Tag an unterstützt, wo die Jungs zum Mittagessen gehen können, bis hin Humanas, die ja auch beim Fußball sehr aktiv sind und hier aus der Region kommen. Jörg, die erst doch, genau. Genau. Aber dann haben wir natürlich auch andere Firmen wie einen Sika, die Deutschland- bzw. international agieren, wo Belgrad in der Euroleague spielt und auch die gleiche Werbung, der mit Sika fährt wie wir. Also da sieht man schon, dass wir großflächig aufgestellt sind, auch eine große Fläche geben können. Und hier, glaube ich, in der Region, ja, nach den Sixers, somit das, ja, in Sachsen-Anhalt, die Nummer 2 beziehungsweise. Aber auch die Stadt so ein bisschen prägen, du möchtest den Basketball-Sport? Ja, also wir legen ja den Fokus hier auf Wolkenstädt. Ich glaube, vorher kannte keiner aus Deutschland Basketball Wolkenstädt. Wir haben ja früher Zweite Bundesliga hier auch nochiert. Das waren ja die hohen Baskets. Und da hat man ja schon höherklassig gespielt. Also wir haben sozusagen Wolkenstädt mit den SBB-Baskets wieder auf die Landkarte gesetzt, in Profi-Basketball. Und da sind wir auch stolz, weil Wolkenstädt gehört, Basketball, Basketball gehört zu Wolkenstädt. Und das ist das Entscheidende. Ja, und um die Sponsoren ist das auch alles nicht möglich. Also da geht auch ein großer Dank aus dem Bargenehm und aus der Vorstandssicht dahin, weil die Corona-Phase war nicht einfach für uns alle. Wir haben uns ja super unterstützt und waren immer an unserer Seite, auch in schwierigen Zeiten. Auch als keine Fett hier drin waren. Und da ist das Offensiv-Foul für uns gepfiffen. Martin clever gespielt. Offensiv-Foul bei den Gästen Nummer 10, Sandor Antuneric. Zweites Persönliches-Foul, viertes Team-Foul, Eingau. Was auch gleich aufhört, ist natürlich auch die Frau im Schiedsrichter-Team. Ist das Normalität in der Probe? Ja, also was heißt Normalität? Also wir haben ja auch alle Panther in der ersten Bundesliga dabei. Mona Kinas ist auch schon ewig dabei. Die hat uns auch schon in der ersten Regionalliga geführt. Hat ja auch Vermittlung hier nach Sachsen-Anhalt. Und ja, das ist immer wieder schön zu sehen, wenn das auch dabei ist. Also wenn sie auch kommt, weil man kennt sich halt untereinander. Und jetzt hat Martin, ja, die Steffen hat Glück gehabt. Steffen Haus, das Pfiff noch Kana. Ja, das ist schön, ja, weil man kennt sich, man kann sich austauschen. Und das passt schon sehr gut. Also, Möglichkeit für den Punkt. Gut. Wenigstens 50 Prozent, das wäre ganz gut. Ja, da ist es. Die 50 Prozent sind im Tag. Ja, jetzt verteidigt Dominik gegen Lukas-Gas-Lauskas. Dominik ist ein guter Diebens-Spieler. Starker Block. Oh, das war sehr gut, ja. Dominik von Badel, Basquitz. Jetzt geht es schnell. Ja, war gut. Hat auch gut gesehen, fand ich, ne? Ja, aber auch gut gearbeitet, gerade von Sixers nach hinten. Und der ist frei. Ja, so bei den Abschlüssen. Haber noch ein bisschen, ne? Ja, ja, da sind sie. Da spielt es sehr, sehr gut. Oh, das ist so ein Abstimmungsfehler, oder? Ja, das war ein Lauffehler, glaube ich einfach. Also, da dachte er da, Lukas-Gas-Lauskas steht, glaube ich, ein bisschen weiter hinten. Da war einfach, glaube ich, etwas zu viel geworfen oder gepasst. Oder hat der Auswechselspieler abgelenkt in dem Moment? Vielleicht auch, vielleicht hat er seinen Kollegen gesehen auf der Bank. So, die letzte Minute. Die letzte Minute läuft. Das steht 19 zu 21. Und Jan, ah. Das wäre der Ausgleich gewesen. Ja, und ich sage auf jeden Fall schon mal danke, dass du an meiner Seite warst. Wir würden ja dann auch gleich nochmal umswitchen auf Thomas Fischer-Schmidt. Und er hat natürlich viele interessante Geschichten mitgebracht, rund um den Basketball in Sachsen-Anhalt. Was meinst du denn, wie wird es dann heute hier aufgehen? Wir sollten sie gewinnen. Also nach einer Reaktion zeigen, nach den letzten Spielen, Röndorf. Und das Spiel haben wir gewonnen. Mit fünf, ich denke, das wird auch wieder ein spannendes Spiel heute. Und knappe, das sieht man jetzt gerade auch. Aber ich hoffe, mit dem Sieg für uns. Und drückt er auch ganz fest die Augen. Ich bin jetzt unten an der Platte und gucke von unten zu. Und Fieber rühlt ganz stark mit. Und sag auch danke. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß jetzt gleich mit Thomas. Und am Ende nochmal mit Dirk. Genau. Und ja, vielen Dank. Marc mit drei. Das ist etwas, was wir noch ein bisschen anpassen könnten für den nächsten kommenden Viertel. Ich bin gleich mal gespannt auf die Kunden, die wir haben, wenn ich das gleich bekomme. Aber ich glaube, das Ganze ist nicht gut. Erstes persönliche Zoll, vier Sekunden. Von der Dominanz finde ich sie eigentlich ganz, ganz präsent und ganz gut. Von der Trefferquote weniger. Da gab es nochmal einen Foul. Nicht so clever von Dennis. Das war das fünfte Teamfoul. Gut für uns. Ja. Der saß dann immer wieder rum. Und die Uhr läuft jetzt weiter und wird gleich jetzt auf Null laufen. Herzlichen Dank, Jürgen. Danke auch. Wir machen hier einen fliegenden Wechsel zum Rätsen. Das war Thomas und Scharschmidt wird jetzt gleich zu uns vor mir auf die Kommentatorenposition. Und das zweite und dritte Viertel mit uns gemeinsam sich anschauen. Oh my lord, thank you for blessing me, but I mind you probably, you like me, you just good. Well you know you're down, so throw me away from the hometown that I know. It's such, and this is beautiful, you can't touch this. Oh my lord, that's what I told you. Oh boys, you can't touch this. Oh my lord. 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 Und da ist an unserer Seite Herr Schmidt. Hallo, herzlich willkommen. Hören Sie mich? Wunderbar. Schön, dass ich dabei sein kann. Und vor allen Dingen schön, dass Sie heute dabei sind vom MDR. Ja, wir freuen uns natürlich auch mit unserer Aktion Fans im Osten durch die mittedeutschen Landen zu ziehen und besondere Sportevents aus den Regionen ins Web und ins Netz zu bringen. So wie heute halt ist das Spiel zwischen den SBW Baskets und den BSW Sixers Wollmestädte-Eglied. Und da bekommen wir gerade noch die Auswertungen des ersten Viertels hinein. Aber ich glaube, so aus Sicht der Sixers kann man zufrieden sein, oder? Also ich glaube, wenn man fünf von sechs Dreiern macht im ersten Durchgang und mit sechs Punkten hier auswärts vorn liegt, da ist aus Sicht der Sixers einiges gut gelaufen im ersten Viertel. Sie haben ja selbst schon mal ein Spiel co-kommentiert, habe ich gehört, von meinem Kollegen Daniel-George. Das Aufstiegsspiel, richtig? Genau. Ich hatte die Freude, hier im Mai hier zu sitzen, als die Baskets Wollmestädte hier gegen Königs Wusterhausen um den Aufstieg gespielt haben. Und eben diese Probe, in der wir hier sind. Und war damals ein großartiges Ereignis, weil wir irgendwie gefühlt nach einem halben Jahr endlich wieder mit Zuschauern ein Spiel in der Halle hatten. Und nicht nur das Spiel auf dem Feld, also die Wollmestädte haben es ja damals klar gewonnen, sondern auch, dass sich alle wieder gesehen haben hier in der Halle, dass alle wieder zusammen waren. Und das ist ja eigentlich auch das, was Sport ausmacht, am Ende zusammenzukommen und zusammen das Ganze zu feiern. Erst recht, weil heute bei einem Derby ist eine schöne Erinnerung, im Mai glaube ich war es. Haben Sie dieses Gefühl auch heute, wenn jetzt 270 Menschen unter 2G-Plus-Voraussetzungen in der Halle sind? Na ja, ich glaube unter normalen Voraussetzungen hätte es dir heute kein Ticket mehr gegeben. Es sind ja knapp, glaube ich, 80 Kilometer aus Bütterfeld-Sandersdorf-Wolfen, entweder über die A14 oder über die Weltmetropole Zerbst hierher. Von daher, glaube ich, hätte es dir heute kein Ticket mehr gegeben. Aber es ist, wie es ist. Es sind zwei Fangruppen hier, das ist schön. Links von uns die Sixers. Ich glaube, man hört es deutlich, oder? Man hört es und spürt es auch deutlich im Körper drin, die Vibration der Trommel. Und wenn ich da unten aufs Feld gucke, habe ich das Gefühl, die Jungs sind schon, ich würde mal so sagen, 6-9% mehr motiviert als sonst. Obwohl es ja sehr, sehr fair zugeht, oder? Ist alles im Rahmen aktuell noch. Ich glaube aber, wenn dieses Spiel eng bleibt, und davon gehen ja die meisten Beobachter aus, werden wir hier doch schon gleich sogar noch die ein oder andere Nicklichkeit gehen. Aber das ist okay. Das ist ja kein Hallenheimer, sondern das ist Basketball. Dir wird was geboten. Das hat tatsächlich in der Probe noch relativ wenig zu bedeuten. Wollmerstedt hat letzte Woche, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, in Rhöndorf eine ganz dünne Aufstellung nur gehabt und hat da, glaube ich, mit 15 Punkten zurückgelegen und hat das Ding trotzdem noch fast gedreht. Also das ist so früh im Spiel noch relativ wenig wert, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es ein Ausrufezeichen. 27 Punkte nach 12 Minuten für den Gast. Ich glaube, der Jörn hat vorhin ja gesagt, dass die Wollmerstädter über Defense reden. Da ist noch Luft nach oben. Wenn Sie halt aus Sicht der Bars jetzt ein bisschen erfolgreicher bei diesen Dreierwürfen wären, dann könnten Sie auch erst mal schnell wieder rankommen. Ja, da ist es ja eine der alten Weisheiten. Ein Dreier zählt eben drei Punkte. Da ist man relativ schnell dran. Ich habe hier die Statistik, wie gesagt, fünf Dreier für die Sixers von Beginn an. Wobei ich das Gefühl habe, das Spiel der Wollmerstädter findet eher am Korb statt. Da wird viel am Korb gearbeitet. Ist ja auch ihre Stärke ohne Zweifel. Felix Neumann jetzt auch wieder für die Wollmerstädter im Spiel. Ich glaube, er war viele Monate raus. Jetzt ist heute sein erster Einsatz. Ja, ich glaube, er hatte irgendwas am Knie. Ich glaube, man sieht es ihn auch noch leicht an, wenn er läuft. Die 34 ist gerade im Bild. Ja, Felix hat grundsätzlich einen nicht überdynamischen Laufstil. Drücken wir es mal so aus. Aber er weiß, wie man seinen Körper einsetzt unter den Korb. Ja, und Mentalität wahrscheinlich bringt er. Absolut, absolut. Ist ja auch der Publikumsliebling hier in Wollmerstädter. Aber das meine ich jetzt. Hier so ein bisschen beim Anlaufen habe ich das Gefühl, tut es ihm dann doch schon noch ein bisschen weh. Es trägt irgendwo. Na ja, so eine halbe Weihnachtsente vielleicht. Oder eine Viertelweihnachtsente, glaube ich, ist hier und da noch sichtbar bei ihm aktuell. Schönes Duell da jetzt auch unter dem Korb gegen Sjörn Urbanski, der größte Spieler auf dem Feld. Mit der Nummer 51, Sjörn Urbanski. Genau, ist ein Neuzugang, ne? Ja, ist vor dieser Saison gekommen. 2,14 Meter groß. Und wenn er vor einem steht, Sabrina, ist er sogar noch größer, hat man das Gefühl. Also wirklich, es ist ja teilweise so, wenn man von oben auf das Spielfeld guckt, sehen die Jungs ja schön groß aus. Ich weiß nicht, wie groß bist du? 1,75 Meter. Okay, das ist ja schon eigentlich relativ groß. Aber wenn ich dem 2,14 Meter stehe, ist das halt sehr, sehr klein. Da geht gar nichts. Wobei ich vorhin gesagt habe, dass ich durchaus ein paar Männer kenne, die über 2 Meter deutlich sind. Und was mir bei ihm auffällt, ist, dass er sehr, sehr proportional und er trotzdem gut gebaut ist. Und dass es nicht irgendwie komisch aussieht, sein Körperbau. Und ich glaube, dass es ja auch ganz hilfreich ist, wenn man dann diesen so sportlich einsetzen kann. Ich würde das mal so stehen lassen. Das ist jetzt nicht weiter. Es gibt ja so manche, die sehen halt mit 2,10 Meter oder 2,14 Meter. Also das Leben mit 2 Meter, ich glaube, ab 2 Meter ist das Leben, glaube ich, eines, das wir uns sehr schwer vorstellen können. Ich weiß, in seiner Wohnung in Sandersdorf braucht er ein relativ großes Bett. Denn versuch mal ein Bett für jemanden zu kaufen, der 2,14 Meter groß ist. Der muss er 2 kaufen. Die meisten Jungs liegen ja quer drin. Ja, und wir machen das so. Aber er hat sich toll entwickelt. Er ist ein interessanter junger Spieler, wie er, wenn man mal zwei Spieler von den Sixers wegnimmt, den Dänen, Frederik Rumbi und Lukas Kapslauskas, die zwei Ausländer. Das ist eine extrem junge Mannschaft, Anfang 20 alle. Ja, die Wollmestädter eher so ein paar erfahrene Spieler noch dabei haben. Also interessantes Duell. Und im Übrigen muss ich sagen, dass wir hier in Sachsen-Anhalt zwei Teams in der Probe haben, die auf so einem Level gegeneinander spielen. Das ist schon geil. Kann man nicht anders sagen. Und leider geht es für die Bastards. Jetzt zum ersten Mal auch zweistelliger Vorsprung für die Sixers. Zehn Tor. 34 zu 24 aus Sicht der Sixers. Eure Nummer sieben, Rapiq. Habt ihr richtig ausgesprochen? Ja, ich hab's auch erst lernen, ist der Evans Rapiq. Okay. Ja, aber ich hab's auch schon dreimal falsch ausgesprochen. Ist ja auch ein Talent, was ihr euch gesichert habt. Absolut. Evans ist vor der Saison aus Bernau gekommen, hat dort im Programm Lock-Bernau und 1. Liga-Style bei Berlin gespielt. Hat jetzt diese Doppel-Lizenz bei den Sixers und beim MBC und hat sich daher auch schon jetzt, ich glaube, erst in den Top Ten der Woche in der 1. Liga, hat er einen unfassbaren Dank gegen in der letzten Sekunde gemacht beim MBC. Also, seine Minuten in der 1. Liga sind jetzt noch nicht viele, aber entscheidend ist ja für junge Spieler im Doppel-Lizenzprogramm, dass sie die Möglichkeit haben, dort eben auch wirklich zu spüren. Und ich komm da oben an, ich kann da erst Liga-Luft schnuppern. Denn egal, wie es mit der Karriere weitergeht, wenn du einmal in deiner Dings stehen hast, das ist wie bei dir, wenn du einmal das ganz, ganz große Gala moderierst beim MDR, ja, dann hast du es. Und genauso ist es bei ihnen die 5 Minuten BBL, die kann ich mir jetzt erstmal keiner mehr nehmen. Die kann ich mir keiner mehr nehmen, nee. Und darauf kann er halt auch aufbauen. Und ist das auch quasi so ein bisschen das Außergeschild der Pro-B, dass man durchaus da Möglichkeiten geben kann, den Jungtalenten sich hier zu zeigen? Die Pro-B hieß ja mal die junge Liga, beziehungsweise Pro-A, Pro-B. Das ist nicht mehr ganz so jetzt. Es gibt insgesamt 5 Doppel-Lizenzprogramme, das heißt also Pro-B-Teams, die mit Teams aus der 1. Bundesliga zusammenarbeiten, 6.01 davon. Und da ist natürlich ganz klar die Entwicklung von jungen Spielern immer das A und O, das ist das Allerwichtigste. Natürlich wollen auch junge Spieler Basketballspiele gewinnen, ohne Frage. Aber in der Pro-B ist glaube ich mittlerweile, oder andersrum ausgedrückt, wenn du als junger Spieler nach oben willst, musst du mit 17, 18, 19 in der Pro-B spielen. Da musst du rankommen, da musst du dich zeigen. Und deswegen hat man auch viele interessante junge Leute in der Pro-B mittlerweile spielen. Die Wolmestädte haben ja jetzt auch einen jungen Spieler nachverpflichtet. Jan Bergen, wenn ich es richtig... Der ist heute auch dabei, genau. War am 1. Viertel jetzt nicht so gut im Spiel drin, wenn man so seine Statistik hier anschaut? Ja, ich glaube, Jan muss die Basketballwelt heute noch nicht einreisen in den nächsten Wochenmonaten. Interessante Situation jetzt, 0,5 Sekunden noch für diesen Angriff. Dabei wäre A nicht reingegangen und B, wenn er zuspielt. Du hast ja schon gesagt, die beiden Programme sind ein bisschen unterschiedlich. Ja, die Sixers glaube ich jetzt in der 7. oder in der 8. Saison schon in der Pro-B. Ja, da ist natürlich viel Erfahrung auch von der Organisation da. Wolmestädte im 1. Jahr, da gehört es dazu, dass man das ein oder andere erst noch lernt. Das ist völlig klar. Aber ich sage mal, für ein Pro-B-Team, was hier auf die Beine gestellt wird, alle 8, muss man nur so sagen. Aber die Sixers in der letzten Saison auch ziemlich gut abgeschnitten, ja? Ja, tatsächlich. Das Viertelfinale der Playoffs erreicht, also unter den besten 8 Mannschaften der Liga. Das größte, bis der größte Erfolg überhaupt. Und wenn es am Schluss nicht noch so ein paar dumme Verletzungen gegeben hat, die leider dazugehören zum Sport, dann wäre sogar mehr wirklich gewesen. Schöne Aktion für Philipp. Philipp Lisa! Also man merkt das schon, Philipp Lisa hat ja jetzt gefehlt. Ja, die beiden Spiele haben dann auch gleich verloren, ohne ihn. Ja, Philipp ist schon so ein, also um die 5 Euro ins nicht vorhandene Phrasenspein zu werfen, ist schon ein Dreh- und Angelpunkt, klar. Und interessant auch bei den Sixers, beide Kapitäne haben ja zuletzt gefehlt, Philipp Lisa hier in Wolmestädt, Marco Rahn bei den Sixers, war viele Wochen verletzt am Knie und es gibt heute auch sein Comeback. Das ist halt, solche Spieler sind so für den Rhythmus der Mannschaft, und auch für das Gesamtgefüge halt extrem wichtig. Und was Philipp so mit dem Ball kann, und auch ohne, ist schon für Wolmestädt einer der Schlüsselspieler, kann man nicht anders sagen. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn da der Kapitän fehlt, ist es schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Na gut, ich könnte jetzt sagen, im Fußball stehen 11 auf dem Feld, also dann noch 10 andere da, im Basketball sind es nur 5. Der Kapitän hat ja nicht diese Bedeutung, weil Kapitän dran steht, sondern welche Leistung er auf dieses Feld bringt. Und Philipp ist ja jemand, der den Ball bringt, der aber auch abschließen kann, der selber seinen Urf kreieren kann. Also, hat er mal bei Sandersdorf gespielt, vor vielen Jahren schon, noch in dem Sandersdorf-MBC-Programm. Und wie gesagt, ist nicht zu Unrecht hier, glaube ich, wird hier nicht zu Unrecht der Schlüsselspieler genannt. Wir haben denn die Sixers ihre Abgänge verkraftet, bei 3 an der Zahl war es ja. Pantelic hat Karriere inne gehabt, Schmikale ist in die Pro A gegangen zu Ötzehoe, und Petkovic, der Kapitän, zurück in seine Heimat Kroatien. Ja, du sagst es, die Spieler, Pantelic 36, Petkovic 33 und Schmikale Mitte 20, das waren die Stützen der letzten Saison, muss man ganz klar sagen. Aber bei Pantelic Karriereende, er ist ja jetzt Coach, aber beim MBC, dort im Übrigen auch noch sehr, mit sehr viel Feuer dabei. Ich denke, dass die Sixers das gut hinbekommen haben. Lukas Kaslauskas, der Aufbauspieler mit der Nummer 13, das war eine sehr gute Verpflichtung. Aus Aschers Leben war wirklich eine gute Sache. Und mit Frederik Rungby, hatte ich ja vorhin schon gesagt, in denen er zugekommen. Also ich denke, ich denke, dass beide Teams klare Playoff-Aspiranten sind mit ihrem Kader. Ich glaube, dieser Dreier für die Baskets war jetzt extrem wichtig, oder? Ja, für die Baskets wird es drauf ankommen, bis zur Pause das Ding knapp zu halten. Weil es war ja schon, wenn man so 10 hinten ist, dann sagt man immer, das ist so eine knappe Distanz. Sind jetzt auf 5 Punkte rangekommen, 33 zu 35 steht es gelasen. Am Ende ist es ja in den meisten Spielen so, zur Halbzeit steht es hier unentschieden und es geht nochmal von vorne los. Auch nochmal zu den Sixers zu kommen, ich glaube auch, wenn du eine Mannschaft hast, die Doppellizenzler bei mir am meisten so ein oder zwei Jahre nur. Weil klar, die sollen sich entwickeln, sollen den nächsten Schritt machen. Und damit ist Wandel und Wechsel in solchen Teams ja auch relativ normal. Aber sie haben halt den Kern halten können dieses Jahr. Makoran spielt, glaube ich, so in der Kapitän, vierte Saison. Vincent Frederici, Antunovic, alle Spieler, die diese Saison schon in der BBL gespielt haben, das sind Spieler, die jetzt schon im zweiten Jahr da sind. Also da wächst dann was und das ist ja, glaube ich, auch der große Vorteil hier in Wollmestädt. Die kennen sich ja alle mittlerweile aus den letzten Jahren und das ist schon für so eine Teamchemie extrem wichtig. Jetzt haben wir nicht aufgepasst, was passiert ist. So ein technisches Foul gegen Bilbo Rukambi. Drittes persönliches Foul hier. Oha, aber schon das dritte persönliche Foul gegen Bilbo Rukambi war ein technisches sogar. Es gibt einen Freiruf und ein Vorfeld. Wenn ich sehe, wie er mit dem Schiedsrichter weiter diskutiert, tippe ich auf diskutieren. Aber er lässt auch nicht nach, ne? Er geht jetzt noch mal hinterher, jetzt dreht er ab, weil er beruflich wird, glaube ich. Schiedsrichter Georges Polidis hier unten diskutiert noch mal mit Eiko Potast, der das nicht so richtig wahrhaben will, glaube ich. Und auch auf dem Feld wird weiter diskutiert mit Mona Kina. Aber gepfiffen ist gepfiffen und drittes Foul für Bilbo Rukambi in der 17. Minute. Das ist ein Tick zu früh für meinen Geschmack. Da ist noch viel Spiel übrig für ihn. Was macht man dann als Cheftrainer? Tja, was macht man als Cheftrainer? Manch einer nach dem technischen Foul nimmt seine Spieler erstmal runter und ihn erstmal ein bisschen abkühlen zu lassen. Hängt so ein bisschen davon an, wie man die Situation als Trainer beurteilt. Ja, wenn man jetzt sieht, okay, der ist einfach jetzt ein bisschen drüber, dann nehme ich ihn vielleicht mal runter. Wenn ich aber seine Energie weiter brauche, dann lasse ich ihn drauf. Und jetzt den Spieler mit drei Fouls weiterspielen zu lassen, ist ja ein deutliches Zeichen. Ich finde, man merkt auch so ein bisschen klar, die Wollmenschütte sind wieder fast komplett heute. Aber natürlich, wenn du jetzt eine Weile nicht trainiert hast, wer du raus warst, der Rhythmus fehlt so ein bisschen. Bei den Sixers ist es ähnlich, die haben vor vier Wochen das letzte Mal gespielt. Letzte Woche ihr Spiel ausgefallen gegen Münster, weil die Münsteraner Corona hatten. da fehlt schon auf beiden Seiten so ein bisschen Rundrhythmus. aber du hast es ja vorausgesagt, Wollmenschütte wird sich mit den Dreiern wieder ins Spiel bringen. Weil ich spaßig bei Profi bin. 36 zu 39 aktuell noch in zwei Minuten 50 jetzt auf der Uhr. M2 zu vierteln. Und die Dreierkruite der Sixers, die wird jetzt im zweiten Viertel auf jeden Fall nicht so gut sein. Absolut. Die konnten sie leider nicht halten. Und jetzt erwischt es auf der Sixers Seite mit Sandro Antonovic, auch ein Spieler mit dem dritten Foul. Das dritte Foul ist ja so ein bisschen ein kritisches. Das ist noch nicht ganz Schluss. Aber wie gesagt, der Trainer sieht es eigentlich ungern, dass du mit drei Fouls schon vor der Halbzeit belastet bist und deswegen nimmt er ihn jetzt auch runter. Also ich tippe tatsächlich auch unentschieden zur Halbzeit. Irgendwie so. Ah. Noch ein Dreier. Schau mal, was die Quote macht von den Dreiern. Ja, siehst du, so kann man sich immer noch sechs von acht in einem Deinem Sixers Okay. Oh, aber das ist wirklich interessant, weil das augenscheinliche Bild anders ist, ne? Ja. Das liegt aber vielleicht an unserem Expertentum hier rum. Das ist so ein... Zuschauer bei Fans im Austin im Livestream vielleicht besser sein als wir. Genau. Und du siehst, wie viel Emotionen ein Ausball auslösen kann, ja? Ja. Ja, auch die Fans hier in der Halle, die 270 Leute hier insgesamt zeigen jetzt ihre Emotionen und was sie davon halten. Aber deswegen gehen wir ja auch zum Sport und übertragen ihn, weil da unten hoffentlich etwas passiert. Davon lebt er, ja. Ja, genau. Was die Leute bewegt. Dieser war jetzt ein psychologischer Vorteil vor der Halbzeitpause. Das habe ich jetzt nicht ganz... Dieser war jetzt ein psychologischer Vorteil vor der Halbzeitpause. Wir erlangen uns, das ist klar, aber am meisten erlangen sich wieder und wir machen jetzt weiter so, wie wir es gewohnt sind, unsere Mannschaft zu unterstützen. So, ich würde mal dem Heimsprücher jetzt beipflichten an der Stelle. Also, klar willst du mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Das ist so, die nimmst du dir mit. Die kann dir ja keiner aus der Kabine mobsten, die Führung. Die hast du einfach. Und ich glaube, dass es jetzt für beide halt darum geht, das irgendwie noch hinzunehmen an der Stelle. Ja. Marco Rahn versucht es immer wieder mit dieser Bewegung zum Korb hin. Und wir haben ja bei den... Martin Bogdanov Und ich würde sagen, Martin Bogdanov hat ihn jetzt vorgemacht. Ja, das ist, das muss man ja wirklich mal sagen, das ist ein richtig guter Basketballer, Martin Bogdanov. Also, was der mit dem jeder das Spiel liest, auch, wann er weiß, wann er zum Korb ziehen kann, wie er abschließt, das ist... Er war zum Beispiel letzte Woche nicht dabei in Rhöndorf. Ja, und das hat man deutlich, das haben wir wirklich deutlich gemerkt, dass er da fehlt. Schaut man denn eigentlich jedes Spiel der Probe oder wie hält man das mit dem Basketball? Weil es gibt ja dann auch noch andere natürlich beim MBC, die man zum Beispiel schauen kann. Na ja, also sag mal, wenn du jetzt mich direkt fragst, ja, also ich schaue ganz viel. Am letzten Wochenende zum Beispiel, als die Sixers noch nie spielen konnten, habe ich mir die anderen Spiele angeguckt. Aber wenn man aus Sachsen-Anhalt kommt und Basketball liebt, klar ist, dass man sich die MBC-Spiele anguckt, macht zurzeit nicht ganz so viel Spaß. Ja, der MBC unten drin steht, aber das ändert ja nichts dran, dass wir alle wollen, dass die Jungs dort den Klassener halt schaffen. Und es gibt in der Probe schon, die meisten Spiele werden ja im Livestream übertragen. Ihr kommt ja leider nicht zu jedem Spiel, da müssen wir nochmal darüber reden, warum das so ist. Jetzt reiche ich gleich weiter an unsere Bände, mehr Probe im Programm. Aber tatsächlich werden da viele übertragen und dadurch kann man sich natürlich auch viele angucken aktuell und kriegt viel von der Liga mit. Das ist eine tolle Liga. Das ist eine Menge los. Mensch, das ist jetzt wirklich superknapp nochmal geworden und wirklich dieses Unentschieden zur Haltzeit, das könnte wirklich stehen hier. Ja, aber wenn du daneben siehst, die Sixers haben einfach nach dem starken ersten Viertel, da waren sie ja mit 16, jetzt so ein bisschen ihren Weg verloren. Trainer Chris Schreiber, der, sagen wir mal, in neun von, oder in neuneinhalb von zehn Situationen ganz ruhig ist, brüllt jetzt hier, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, erwies einen Spieler darauf hin, ein gewisses Körperteil jetzt nochmal zu bewegen. Und da haben sie so ein bisschen jetzt ihren Weg verloren. So, da haben wir die Führung für die Bar zum 42 zu 14. Durch eine Dreier. Genau, noch eine Minute. 45 sind auch in der Uhr. Was wird Chris Schreiber jetzt in der Halbzeitpause ansprechen? Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber die Mannschaft muss besser auf den Ball aufpassen. Also die Sixers haben sich jetzt ganz oft den Ball klauen lassen. Zwölf Ballverluste bereits für die Sixers. Das ist einfach zu viel. Das darf nicht passieren. Und sie müssen wieder diese Mischung finden. Sich nicht nur auf den Wurf von außen verlassen, zum Korb ziehen, aggressiv sein. Die Baskets müssen gar nicht so viel ändern. Ich glaube, die haben im zweiten Viertel angefangen, jetzt auch in der Defense einfach härter zu arbeiten. Die letzte Minute läuft übrigens. Also ich glaube, Chris Schreiber ist nicht zufrieden. Das sehe ich hier so im Augenwinkel. Ist ja noch unfassbar jung und will jetzt natürlich auch diese Chance nutzen als Chef-Trainer. Ja, hat ja viel Erfahrung, trotz seiner Jugendlichkeit schon. Er hat schon mit 17 Jahren irgendwie das erste Mal die Mannschaft geführt. Genau, also Coach schon viele Jahre. Und ist schon zwei Jahre Co-Trainer gewesen jetzt bei den Sixers. Dann war er auch beim MBC, hat dort die Nachwuchs-Bundesliga gemacht. Dann hat man ihm die Chance auch gegeben, so wie man junge Spieler entwickeln will, muss man auch junge Trainer entwickeln. Und bis jetzt macht er das wirklich gut. Aber natürlich ist es immer noch mal was anderes als Assistent zu arbeiten. Das geht mir ja auch so. Ich kann hier in Ruhe reden, während du die Chefin bist. Da fällt es mir natürlich ein bisschen leichter. Das wird jetzt eine relativ lange Minute, ne? Ja, wenn ich zu Hause Basketball gucke und dann sage, das Spiel dauert noch zwei Minuten und dann sagt meine Frau grundsätzlich, okay, also noch eine halbe Stunde. Also letzte Sekunden können dauern. Ja, die Wollmestädte haben sich ja wirklich mit einer guten Wurfquote rangebracht. Ja. 70 Prozent bei den Zweiern, 42 Prozent bei den Dreiern. Also das ist die Basis, um einfach auch wieder aufzuholen. Und natürlich die Beigewinner. Und auf einmal sehen sie sich kurz vor der Halbzeit mit vier Punkten vorn. Oh. Noch mal die Chance für die Sixers jetzt. Aber langsam muss die Lösung gesucht werden. Ja. 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 Aber was vorhin fiel, fällt jetzt nicht mehr. Oder? Ja. 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 Fast. Ja. 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 Das war's. Und da sind wir in der Halbzeitpause hier in Wollmierstedt. Es steht 46 zu 44 für die SBB Baskets gegen die BSB Sixers. Und ein extrem spannendes Spiel, oder Thomas Schaschmann? Ja, genau so muss ein Derby sein. Ja, 56, 44. Da ist alles drin. Ich glaube, die Zuschauer sind zufrieden und ich hoffe, es geht in den zweiten Zweiviertel und so weiter. Was machen jetzt die Trainer in diesen 15 Minuten in den Halbzeitkabinen? Wie analytisch wird das dann auch in der Probe? Na ja, also ich würde gerne auch mal Kabinen, Mäuschen spielen. Mal reinhören da, was da so los ist, was sie sich besprechen. Ich glaube, natürlich werden die Spieler erstmal ein bisschen abgekühlt. Die Spieler sollen sich erstmal beruhigen. Dann wird auf die Statistiken geschaut. Gucken, was war wirklich jetzt an der und der Stelle, was kann man besser machen. Und dann nach 16 Minuten kommen die Spieler ja auch schon wieder raus. Also vor allen Dingen erstmal cool aus, weil bei dem Ergebnis noch nichts passiert. Wenn man mal so den Blick über das mitte-deutsche Basketballgeschehen spannen möchte, wie ist es da gerade drum bestellt? Also gerade, was Chemnitz aktuell mit Bayern München anstellt, muss ich ja sagen, erfüllt mein Herz. Ja, ich habe, du hast ja vorhin schon deinen Kollegen Daniel George erwähnt, der hat den Tag einen sehr schönen Sieg gemacht. Der hat getwittert, die Sensation ist ausgeblieben. Bayern verliert wieder in Chemnitz. Also der Basketball aus dem Boom, das kann man nicht anders sagen. Chemnitz in der NBZ in der ersten Liga, zwei Vereine, das ist toll. In der Pro A, Jena ist dran. Spielt auf jeden Fall wahrscheinlich um den Ausblick mit. Und wir heute hier erleben in der Pro W zwei Teams aus Sachsen-Anhalt, die spielen. Und nicht zu vergessen in der ersten Liga die Lions aus Halle. Also Basketball in Mitteldeutschland, Wahnsinn. Wie wichtig ist denn auch so ein starker Basketball-Osten, der ein bisschen Paroli bietet? Ja, wie soll ich sagen? Wir haben ja, glaube ich, in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen so viele Einwohner zusammen wie im Ruhrgebiet in einer Postbreitzahl. Also ich glaube, dass der Basketball auch eine unheimliche Identifikationsmöglichkeit für eine Region ist. Dass die Leute sich einfach dahinter versammeln. Ich meine, das ist der geilste Sport der Welt, das darf man ja nicht vergessen. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren da so viel entstanden ist, die Leute sich auch dahinter schleppen, hinter die Projekte. Und wie sieht es aus mit dem Nachwuchs in Sachsen-Anhalt? Jetzt mal spezifisch gesehen als Präsident, muss man sich da Sorgen machen? Kann man noch was verbessern? Also zum Beispiel Wollmirstädt, die sind ja in AGs unterwegs, verbindet das Sport und Sprache. Ist das der richtige Ansatz, um die Kinder in die Vereine? Also es gibt natürlich ganz verschiedene Ansätze, um Kinder zum Basketball zu gewinnen. Wir haben jetzt gerade die neue Statistik bekommen, trotz der Pandemie, in Sachsen-Anhalt gibt es wieder 5 Prozent Zuwachs. Das heißt, wir haben knapp so 100 neue Basketballer gewonnen, vor allen Dingen Minis. Und dazu tragen natürlich Projekte wie hier in Wollmirstädt bei, logisch. Die Sitters, wenn man das mal sich anguckt, sind Top 5 in Sachsen-Anhalt in den Vereinen. Wollmirstädt ist eher noch so Top 10. Die Anstrengungen sind super, da geht es aber noch mehr, logischerweise. Weil dann wünsche ich natürlich, dass so ein Standort wie hier in Wollmirstädt in ein paar Jahren noch größer Nachwuchs ist. Also von daher finde ich die Anstrengungen super. Und wenn man so ein Leuchtturmprojekt wie hier hat, dann wünscht man sich natürlich, dass ganz viele Kinder, sich an diesem Leuchtturm orientieren und dann auch hier in die Hallen kommen. Wie hier ist auch der Schulsport, weil ich hatte auch Basketball in meinen Schulzeiten natürlich, aber man ist meistens beim Sternschritt ehrlich gesagt hängen geblieben. Da geht es hier nicht anders als mir. Ich bin noch früher hingeblieben, nämlich nach meinem ersten Spiel. Wir setzen auch im Basketballverband Sachsen-Anhalt viel auf die Schulligen. Und auch auf Ganztagsangebote in die Schulen reinzugehen. Dazu fordern wir jeden Verein auf. Wir haben einen Koordinator für Vereins- und Verbandsentwicklung, der das alles macht und der da hilft. Also Schulliga finde ich ganz, ganz wichtig. Schul-AG war in den letzten anderthalb Jahren nicht so leicht durch die Pandemie. Aber alle Schulprojekte werden unterstützt und werden auch von uns finanziell unterstützt. Das ist der Weg, am Ende um Kinder so früh wie möglich für Bewegung und für Basketball zu begeistern. Super, dann können wir gleich darüber weitersprechen. Thomas kann schon mal zurück auf den Kommentatorenplatz und ich würde mal runtergehen. Und Robert Demskis ist bei uns, der Mann aus Lettland, Riga. Ich denke, er könnte sich ziemlich glücklich sein, richtig? Nach dieser ersten Halb. Ja, ich bin definitiv glücklich, dass das Team hoch ist. Auch wenn es nur zwei Punkte gibt, ist es sehr wichtig, dass es vor der dritten Kälte hoch ist. So, ich bin wirklich glücklich, was das Team in der zweiten Halbzeit bringen kann. Was ist jetzt in der Kälte? Was sagt Eiko Portas zu dem Team? Definitiv, wir müssen unsere Defensivität fixieren. Wir müssen uns mehr auf die Defensiv-Stops fokussieren. Wir müssen einen guten Rhythm auf der Defensivität machen. Ich denke, wir machen ein ziemlich guter Job offensiv. Ich denke, die Defensivität ist der Hauptfokus in der zweiten Halbzeit. Du hast einen Angriff auf dem Elbow, richtig? Wie geht's das? Es geht gut. Ich habe bereits die Rehabilitation. Hoffentlich kann ich das Team als schnell wie möglich sein. Ich werde Physikal-Therapie nächste Woche und weiter von da. Was ist dein mentalen Unterstützung für das Team? Entschuldigung, kann ich dir? Was ist dein mentalen Unterstützung für das Team? Natürlich, natürlich. Du musst dich sein. Wenn ich auf der Bühne bin, bin ich immer schwer für das Team. Wenn ich frappeln kann, das ist das, was ich mache. Was ist der Fidlize? Okay, er hat jetzt einen Wettbewerb nach zwei Matchen. Wie wichtig ist er für das Team? Er ist definitiv eine unserer größten Wettbewerbs und größten Wettbewerbs, auf beiden Seiten, auf Offense und auf Defense. Er ist auch ein Team-Kaptain, so ich denke, dass dieser Status spricht über sich. Team-Kaptain ist definitiv eine der wichtigsten Teil unserer Team. Ich bin froh, dass Phil zurück ist, er fühlt sich gut, er hilft die Team. Ich bin froh, dass ihn zurückkommen ist. Aber der beste Spieler auf der Piste ist Martin Bogdanov? Was würdest du sagen? Hey! Ja, ich bin froh, den Namen Martin Bogdano. Wie du gesagt hast, ich liebe Boogie a lot. Er spielt immer sehr hart. Man kann sehen, wenn er sehr hart ist, der Ball läuft. Vielen Dank! Danke so much! Und er wird jetzt nochmal heruntergehen zu seinen Team-Kameraden und natürlich auch nochmal ein paar Worte an die Männer richten. Und die kommen jetzt auch zurück aus der Kabine und ich geh gleich mal wieder hoch zu Thomas Schasch. Und das geht um kännen Frühling kann custodieren. Wie unsereres habe ich neue芬 sprechen von printemapnen Ordnung und 3 Swincor Thomas, wir haben jetzt das Protokoll des zweiten Viertels vorliegen. Die Einschätzung dazu? Man muss mal knallhart analysieren. Ja, bitte. Also was auffällt, die Wurfquoten sind relativ gleich, sagt das Ergebnis ja auch, 58 Prozent bei den Wolmestädtern, 54 Prozent bei den Sixers. Was auffällt, interessant, Marco Rahn, Topscorer des Spiels, mit 16 Punkten schon zur Halbzeit. Ja, sehr auffällig. Martin Bogdanoff, 14 Punkte für die Wolmestädter. Ein unglaublich stark ist der heute. Ja, das ist tatsächlich nach seiner Pause ein starker Auftritt. Die Sixers klar am Rebound überlegen. Schon sieben Offensiv-Rebound, also Bälle nach Würfen, nach eigenem Wirken sich geholt. Aber eben auch, das hatte ich vorhin schon gesagt, zwölf Ballverluste bei den Sixers. Das ist das, glaube ich, am Ende, was jetzt tatsächlich den Ausschlag dann gegeben hat. Ja, wir sehen hier, sechs Mal hat die Führung gewechselt, vier Mal war unentschieden. Das Spiel ist ausgeblich und das ist, glaube ich, die Analyse der ersten 20 Minuten her. Diese Rebounds, hat das was mit Mentalität zu tun? Dass man sich die Welle zurückholt, die im ersten Versuch vielleicht nicht zu sitzen? Da hast du recht. Das ist eine Frage der Mentalität, des Kampfes, aber auch des Timings und des richtigen Einsatzes. Es gibt also tatsächlich Spieler, die darauf spezialisiert sind, ungefähr zu wissen, wo so ein Ball hinspringen kann. Aber es hat natürlich wirklich auch mit der richtigen Position zu tun. Und gerade so ein Spieler, ich weiß nicht, ich schaue mal gerade, wer gerade die meisten Rebounds hat hier. Okay, Sören Urbanski bei den Sixers hat natürlich auch einen Tick mit seiner Größe zu tun. 2,14 Meter, ja, hat da ein bisschen Vorteil, sie dann wegzupratzen. Aber zum Beispiel Lukas Kaslauskas ist der Point Guard, ist ein eher kleinerer Spieler bei den Sixers, vier Rebounds. Also das hat viel mit dem persönlichen Einsatz eben auch zu tun, wie man sich den Dingen widmet. Am Ende muss man aber sagen, Rebounds gewinnen wir das Spiel nicht. Sondern am Ende gewinnst du das Spiel, wenn du die meisten Körbe machst. Ist glaube ich ein 5-Euro-Spruch, aber... Schon wieder, ich werde reich heute. Aber was jetzt auch auffällig ist, ist, dass die Sixers sich jetzt eher nochmal zum Gespräch gesucht haben. Auch jetzt ganz offensichtlich hier auf der Platte, während die Basket sich eher einspielen. Hat das was zu bedeuten? Macht jeder anders. Macht jeder anders am Ende. Jetzt sind sie ja beide wieder drauf. Jeder sucht so ein bisschen seine Routine. Ist ja manchmal im Basketball komisch. Du spielst dich 45 Minuten bis eine Stunde auf den einen Korb ein. Und dann noch 10 Minuten auf den anderen. Ich denke mal, es wurde von beiden Kabinen besprochen, was zu besprechen war. Dann drücken wir das mal so aus, glaube ich. Und jetzt geht es wieder raus auf das Feld am Ende. Wir sind natürlich auch aktiv im Livestream auf YouTube. Und da hat es schon einen Kommentar gegeben. Die 34, also sieh mir an, die von Wollmirstedt, die ist ein Monster. Ja, ein positives Monster. Ja, vielleicht ein Mentalitätsmonster, würde ich sagen. Felix Neumann hat ja auch in der Doku, in der Doku, in der Doku, in der Daniel-Gorke, eine große Rolle gespielt. Mein Lieblingssatz da drin, glaube ich, ist, wie seine Mama über ihn sagt. Ja, die haben angerufen da aus der ersten Liga. Aber die haben gesagt, wenn du kommst, dann musst du so und so viel Kilo abnehmen. Und da hat er gesagt, nee, da bleibe ich. Also es ist halt, jeder muss sich in dem, was er tut, wohlfühlen. Dann ist er auch richtig gut da drin, glaube ich, am Ende. Du musst in einer Situation zufrieden sein, in der du bist. Und ich glaube, er ist hier oder mit seiner Karriere zufrieden. Dieses, was hätte, könnte, wollte, das kann man sich immer fragen. Du musst im Moment leben am Ende. Und er ist hier, wie gesagt, so eine Viertelente. Ja, ist da noch, aber... Aber bringt das Körpergewicht dann nicht doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar den Vorteil mit sich? Natürlich jetzt nicht, wenn es in Konter geht oder in schnelle Läufe, die ich gewinnen muss, aber... Naja, ich sag mal, wenn wir uns jetzt von links nach rechts bewegen müssen, fällt es uns vielleicht etwas leichter. Das ist halt schon, er muss das Gewicht natürlich auch in Bewegung bringen. Aber man sagt ja immer, es ist die Frage am Ende, wie der Spieler richtig das Gewicht einsetzt. Ja. Und Felix kann da schon eine Menge mit einsetzen. Ja, am Ende. Aber du hast recht, so richtig rund läuft er noch nicht. Aber ich glaube, es wäre für ihn keine Frage. Er läuft auf, wenn er dabei sein will. Und das ist er heute, wenn die Ärzte da grünes Licht gegeben haben, dass alles passt. Das wird man nicht verpassen, das Spiel hier heute. Das ist logisch. Bester Kameramann der Welt übrigens, er hört uns zu und fängt auch noch den richtigen Mann ein. Einmal mit richtigen Profis. Da freuen sich auf jeden Fall alle, die uns im Stream bei Phantom Austin sind. Weißt du eigentlich, wie das Maskottchen da unten heißt von den SBB-Baskets? Ich sehe das gerade da so tanzen da hinten, das gibt richtig Gas. Ist es jetzt eine Pfandfrage? Nein, also es sieht aus wie ein Wildschwan. Ich weiß nicht. Vielleicht kann uns diese Frage ja später mal jemand von Räumelstedt beantworten. Wir haben ja auf jeden Fall noch Dirk Uhlemann im vierten Viertel. Ich würde sagen, es ist ein Stier. Ein Stier. Weißt du, was sein könnte? Dass es ein Stier ist, weil der Vereinsvorsitzende, ja Carsten Stier, hier von dem Basketball-Baskets-Räumelstedt-EV, der hat heute Geburtstag. Das stimmt, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle von uns, genau. Bester Mann und vielleicht, weißt du, Stier, Carsten Stier, Stier. Wäre möglich. Vielleicht könnte ja Carsten Stier mal, Thomas Scharschmidt, eine Nachricht schreiben, ob das stimmt oder nicht. Unsere Vermutung. Mein Gefühl ist, dass er, wir kennen uns gut, dass er sein Geburtstagswochenende irgendwo in einem entspannten Hotel verbringt und heute den Livestream guckt, hey, den Livestream guckt, dann kann er ja wirklich mehr schreiben. Ja, genau. Genau, also Carsten, wenn du uns hörst, deine Baskets sind hier mit zwei Punkten vorne. Und die Kommentatoren haben keine Ahnung, wie das Maskottchen in der Halle heißt. Es ist echt ganz schlechte Vorbereitung, finde ich. Also, als ich nicht weiß, wie dieses Maskottchen heißt, ist es wirklich nicht so gut. Aber es müssen auch, auch im MDR, müssen noch Fragen offen bleiben manchmal. Das ist völlig okay. Wir können nicht immer alle Fragen beantworten. Nein, nein, nein. Sonst gibt es ja Zuschauer, sind die mitgenommen. Wir freuen uns, dass es jetzt ins dritte Viertel geht. In diesem ganz, ganz engen und knappen Stil zwischen Wollmestad und Team Bitterfeld. Jetzt stehen die nächsten zehn Minuten an unserer Seite. Weiterhin Thomas Schachschmidt, wir freuen uns sehr. Die Sixers müssen auf jeden Fall jetzt im Angriff klarere Aktionen wieder fahren. Das war im zweiten Viertel zu viel Gewürge. Schwere Kosten teilweise da. Wenn sie hier in dieses Spiel reinkommen wollen, dann muss das klarer werden einfach. Und wenn man gar nicht so startet? Ja, am Ende, ein Wurf kann daneben gehen. Die Frage ist, wie wurde er herausgespielt? Ja, war der Spieler frei? Wie ist der Ball gelaufen? Die Sixers hatten im ersten Viertel ein gutes Ballmovement, also da ist der Ball gut gelaufen. Das hat sich dann... Aber das war natürlich jetzt clever und gut gespielt, ja? Frederik Rumbi, dänischer Nationalspieler. Auch solche Spieler kommen dann in der Pro B an. Übrigens der Lebensgefährte von Camilla Matzen, der Erstliga-Handballerin aus Halle. Also prominente Sportler-Pärchen hier in Sachsen-Anhalt. Ich weiß gar nicht, haben die nicht geheiratet? Also das wäre jetzt ein Gossip, der mir... Da müsste ich jetzt meinen Kollegen aus Halle mal anrufen, der sie immer sehr eng begleitet. Da gibt es bestimmt bei euch beim MDR eine Fun-Abteilung, die das jetzt in Erfahrung bringen kann. Also sie kamen als Unverheiratete nach Deutschland, so viel weiß ich. Das weiß ich, ich glaube nur, dass es jetzt ein hochzeitsfeierendes Sportler-Paar im Süden Sachsen-Anhalt gab. Ich weiß noch nicht, ob das es die beiden gibt. Wir sehen es dann spätestens in Brisant. Ja, genau. Oder bei MDR Sachsen-Anhalt heute. Wo es ja morgen noch einen Beitrag von diesem Spiel gibt. Richtig, genau. Wir schauen morgen noch mal zurück mit der Konzentration natürlich auf das Comeback von Phil Liese. Eine bessere Stadt bisher definitiv für die Räumelstädter. Marco Rahn versucht es wieder, sich in die Gegner hineinzudrehen. Man darf nicht vergessen, am Ende hat Wollmerstedt ein tolles Team, aber ist natürlich trotzdem erstmal technisch ein Aufsteiger. Ja, das heißt, wenn die jetzt die Playoffs erreichen, wovon ich einfach mal fest ausgehe, weil Wollmerstedt hat jetzt, glaube ich, acht Sieger. Ich sage mal, mit elf bist du drin. Ja, mit zwölf ganz sicher. Das heißt, es fehlen drei oder vier Siege und im ersten Saison in den Playoffs zu stehen. Das ist ein Wahnsinnserfolg sofort für die Mannschaft. Und kann man nur hoffen, dass es in den nächsten Jahren, okay, es sei denn, einer steigt auf, aber dass es noch viele Derbys gibt. Und es gibt ja in Sachsen-Anhalt auch Teams in der ersten Regionalliga, Stichwort Aschersleben, die vielleicht auch mal irgendwann den Weg in die Probe gehen werden. Spätestens dann kommt der MDR nicht mehr um die Übertragung drumherum. Da sind wir dann regelmäßig dabei. Ja. Also hier hat man sehr schön gesehen, wie wichtig Philipp Lieser ist, was er aus dieser schwierigen Situation gemacht hat, wie er dann den Assist gespielt hat auf Bilbo Rukambi. Das war Captain-like. Wie groß ist denn der Sprung von der Regionalliga in dieser Probe-Staffel? Groß. Also das hat nicht nur sportliche Gründe, sondern du musst ja, um in der Probe zu spielen, musst du nicht nur sportlich dich qualifizieren, sondern auch ganz viel lizenztechnisch erfüllen. Da gibt es sehr viele Dinge, ob das jetzt Mitarbeiter sind, das Umfeld, Auflagen und auch Finanzen. Also es kostet richtig Kohle, da mitzuspielen. Und von daher ist der Sprung vor allem strukturell schon groß. Ich sag mal, die Top-Teams aus der Regionalliga, die können in der Probe bestehen, auf jeden Fall. Aber ob du alles andere drumherum auf die Beine stellst, das ist eben die Frage. Und das ist ja auch wichtig für die Entwicklung des Basketballs. Man will ja nicht nur eine Mannschaft mit tausend Zuschauern haben und die Sponsoren, sondern man will ja auch eine Entwicklung sehen, wie an Standorten das Basketball entwickelt wird. Ja, das hatte ich auch vorhin schon zum Thema, dass man natürlich auch sieht, dass dieser Basketball die Region oder die Stadt dann auch frägt in diesem Fall. Und auch für eine Identifikation dann sorgt. Ja, das ist, ich glaube, dass beide Mannschaften so sehr, dass sie, oder beide Vereine und Organisationen sehr, dass in ihren jeweiligen Regionen versuchen zu wirken. Sixos hatte ich schon gesagt, einer der größten Vereine mit in Sachsen-Anhalt, riesiges Nachwuchsprogramm. Ab der U4 geht es da schon los. Wir haben ja auch einige Mitglieder, ich hatte eine Zahl gefunden, 180 Mitglieder. Ja, sind es, glaube ich, in der Pandemie dazu gewonnen. Schon herausstechen, muss man sagen. Und wie gesagt, du kannst natürlich, wenn du solche Leuchtturmprojekte hast, also diese Mannschaften hast, das begeistert die Kids, wenn du herkommst. Hier ist es ja auch so, dass immer mal Schulklassen eingeladen werden, in Sandersdorf ist das auch so. Und wenn die das dann eben erleben... So, und während wir hier so völlig entspannt uns unterhalten, haben sich die Wollmischschütter jetzt so ein bisschen abgesetzt. Haben sich richtig abgesetzt, ja. Neun Punkte vorn, 61 zu 52, 5, 33 noch auf der Uhr. Das liegt aber auch daran, dass die Sixers jetzt wieder so ein bisschen in einen Spielstil verfallen, den sie schon im Dezember hatten. Das heißt, dass im Angriff das zu lasch alles ist, dass da zu wenig Klarheit drin ist. Und Martin Bogdanov kann jetzt ein Vierpunkt-Spiel, das heißt, ein Dreier, ganz erfahren gemacht eben, also ein Dreier verwandelt und noch einen Bonus-Freiwurf hinterher. Und dann sind es zehn vor für Wollmischschütter. Und der ist es. Martin Bogdanov. Defense. Wäre es jetzt nicht gut, eine Auszeit irgendwann zu machen? Ja, schwierige Frage. Manche Trainer lassen es gern laufen. Und manche Trainer sagen dann jetzt, also der richtige Zeitpunkt für eine Auszeit, das ist Philosophie-Frage. Aber wenn du mich fragst, ja. Dann wären vielleicht die zwei Punkte nicht passiert. Aber wie gesagt, wir haben ein gutes Fakt ist... Aber ich glaube, er würde jetzt einen Wechsel vorbereiten, wenn wir es richtig sehen. Ja. Ich glaube, in dieser Phase können die Römerstädter das Spiel noch nicht gewinnen. Aber die Sixers können, wenn sie jetzt nicht aufpassen, es verlieren. Ja. Und da war er wieder, der Kapitän, der zurück ist nach zwei Spielen. Ja, da ist jetzt mehr Intensität, mehr Energie einfach auch von den Baskets da, ganz eindeutig. Und sie liegen auch zurecht mit diesen zehn Punkten vorn. Und da ist jetzt die Auszeit. Da ist sie. Weil Wurfkursen immer noch überragend, ja. Bei den Wollmerstädtern 17 von 23, das sind 75 Prozent aus dem Zweier-Bereich. Acht von 15 aus dem Dreier-Bereich. Da kann man nicht meckern. Sixers etwas schwächer, aber das macht dann schon einen Unterschied. Also wenn man mal vom ersten Viertel absieht, dass die Sixers ja mit sechs gewonnen haben, ist seitdem, haben wir seitdem einen 16-Punkte-Swing. Und das doch völlig zurecht eigentlich. Jetzt 18 zu 10 im dritten Viertel sind aktuell die deutlich bessere Mannschaft. Wir haben ja gerade Chris Schreiber noch gesehen, der ein bisschen energischer jetzt versucht, was zu erklären. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, aber ich glaube schon, dass er seinen Jungs jetzt mitgegeben hat, dass da eine Defense einfach mehr kommen muss jetzt. Weil er spürt natürlich jetzt, dass ihn das Spiel ja wegflutschen kann. Und das ist jetzt so eine entscheidende Phase, jetzt dran zu bleiben bis zum Ende des dritten Viertels. Darum muss es jetzt eigentlich gehen. Also es ist jetzt in diesem dritten Viertel quasi die Konzentration schon oder der Fokus schon auf die Defense eher gesetzt. Ja, definitiv. Und wie gesagt, offensiv ist das, das ist zu wenig offensiv. Wir versuchen vor einer Hand zu pressen und ja, aber wenn ich natürlich den Ball gewinne, dann ist die entscheidende Frage, ob ich daraus noch Punkte brauche. Aber das war jetzt mal so ein Beispiel, wie man den Gegner einfach unter Druck setzt. Robin Dahn ist jetzt mit einem überschaubar schönen Dreier. Nächster Ball gewinnt. Jetzt muss er was draus machen, ja. Und diesmal hat es geklappt. Nochmal Robin Dahn ist, diesmal hat es geklappt. Und hier siehst du, wie schnell die Auszeit nach diesem Lauf kommt. Eben waren es 10 vor. Hätte ich jetzt aber an dieser Stelle ehrlicherweise auch wieder gewählt. Ja, wahrscheinlich hast du hier einen Knopf unten drunter, den du gedrückt hast. Ja, es war jetzt, die waren es 10 vor, es kommt ein 5-0 Lauf. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für Echo Potters jetzt zu sagen, okay, hier setze ich mal einen Break am Ende. Man sieht es ja sehr schön, Eiko ist ja auch in diesen Auszeiten versucht auch da, die Spieler erstmal ein bisschen abzukühlen, ihm Zeit zu geben. Ich stehe klar, Aussteiger hin oder her, du willst so gut wie möglich abschließen. Ja, natürlich, ja. Die Liga ist gut, kann man nicht anders sagen. Und sie ist vor allen Dingen so ausgeglichen, dass du mit einem Sieg, also du bist einen Sieg vom zweiten Platz entfernt, aber auch nur zwei Niederlagen von den Playdowns, also vom Platz 9. So ist die Situation. Das ist schon natürlich auch gefährlich. Du kannst Verletzungen haben, Corona ist ja gerade irgendwie scheinbar ein Thema. Und dann kannst du relativ schnell unten reinrutschen und das will natürlich keiner. Von daher, alles was dich auf die 10-11 Siege bringt, die du brauchst, hilft jetzt. Starke Aktion eigentlich von John Tybert, aber... Ah, der Umschaltmoment an sich hat ja gut funktioniert, ne? Ja, und dann hat sich die Schiedsrichterin hier für das Offensiv-Foul entschieden. Und Robin Danes. Da kann man immer sagen, der Spieler, der nach vorne stürmt, muss das besser im Griff haben. Man könnte genauso sagen, der verteidigende Spieler von Wollmöchstedt hat einfach gut gestanden. Aber man sieht schon jetzt, die Sixers versuchen, und es scheint zu funktionieren, einfach mit einer Pressverteidigung, also früh anzupressen, früh den Gegner zu stören, da jetzt ein bisschen irgendwie das Momentum wieder auf ihre Seite zu ziehen. Die Fans freut sich, habe ich das Gefühl, hier auf beiden Seiten. 64 zu 59, 315 und auf der Uhr. Phil Borocambi, bitte zum Tanz. Phil Borocambi, bitte zum Tanz. Hat übrigens seit seinem dritten Foul nichts mehr passiert. Ja, er hat sich ganz schön abgekühlt, ne? Also persönlich hat er sich unterbringen können. Okay, Heike Sommer schreibt gerade, das Maskottchen heißt Monsi. Monsi. Monsi, was schließen wir jetzt? Heike, wenn du es weißt, schreib doch mal bitte rein. Was ist Monsi, also, was stellt er da? Oder Sie. Dankeschön, Heike. Aber wir werden geguckt, das ist doch schon mal gut. Es wird registriert und man hört uns ja scheinbar auch zu. Monsi. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt sehr starkes Spiel. Und spürst du, wie die Atmosphäre jetzt langsam sich aufheizt? Das ist der Derby-Atmosphäre jetzt. Robin Dahn ist jetzt, glaube ich, mit seinem dritten Dreier. Der war zum Beispiel ein schöner Punkt, wie Marco Rahn versucht hat, diesen Dreier sich zu sichern, äh, Quatsch, diesen Rieber sich zu sichern. Und das zweite Offensiv-Foul von Robin Dahn ist jetzt in kurzer Zeit aufgenommen von, siehst du es jetzt nicht? Robin Dahn ist drittes und da seht es nicht. Er liegt da auf dem Boden, Dominik von Waden, glaube ich, ja. Hat das aufgenommen? Korrekt, ja, Dominik von Waden. Stand, glaube ich, in der, ähm, stand, glaube ich, in der Zone, der Zone, kann man das sagen? Der Zone, der Zone, ähm, wo das noch geht. Also dieser Dreier und der Dreierfeuer von Marc Lagora, die machen schon, die können am Ende einen Unterschied in einem Spiel machen. Das war zweimal fast die gleiche Position und diese sechs Punkte machen wieder einen elf-Punkte-Vorsprung raus. Der war jetzt gut geklaut, fand ich. Ja. Und der noch besser. Ja, es ist wild heute, muss man schon sagen. 62 zu 63 und wir haben nun noch ein bisschen Sekunden auf der Uhren. Ja. 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 Jetzt mal ein Dreier-Möglichkeit für die Umgebung. Irmanns Rappiek mit dem Dreier. Mal schauen, ob die Wollmerschütter jetzt in den letzten sieben Sekunden hier noch verkürzen können. Quatsch, erhöhen können. Erhöhen, ja, die Sixers verkürzen. Oh, ein langer Ball fliegt nochmal übers Feld. Aber er wäre auch zu spät gewesen. Aber es wäre auch schön gewesen. Ja. Thomas Scharschmidt, ich sage herzlichen, herzlichen Dank. Ja, hat super Spaß gemacht. Fand ich auch. Wie geht's aus? Sag's mir. Sieben Punkte vor, dein Tipp. Ich sage, sie lassen sich das ehrlich gesagt nicht mehr nehmen. Die Wollmerschütter. Okay, ich sage, es gibt Verlängerung und wünsche euch viel Spaß im letzten Schluss. Und dann kann ich ja zur Verlängerung nochmal kochen. Aber gerne doch. Okay, gut. Dankeschön. Danke. Und wir haben wieder den fliegenden Wessel hier und man muss sagen, Wahnsinn, oder? Was sich so zwischen dem ersten und dem dritten Viertel tun kann? Ja, also ich bin ja gegangen mit einer Niederlage, also nicht Niederlage, sondern mit weniger Punkten für uns. Mit großem Rückstand. Genau, mit großem. Und zwar am ersten Viertel 19 zu 25. Genau, da waren es 19 zu 25 und jetzt führen wir halt mit 7, 72 zu 65. Und man sieht ihn auch an den Stats in der ersten Halbzeit, so wie ich gesagt habe, oder im ersten Viertel, dass er gesagt hat, von den Dreierquoten, da waren die Sixers eigentlich deutlich besser, was jetzt ein bisschen runtergegangen ist. Super, und wir bekommen gerade von Olaf Scholz die Zettel zum dritten Viertel rein. Und da sieht man es halt, genau. Die Stats von der Dreierquote sind jetzt bei den Sixers auch runtergegangen. Die waren im ersten Viertel bei 60 Prozent. Das war schon Wahnsinn. Ja, das war bei 83 Prozent. 83, 5 von 6 waren da drin, jetzt hier nur 7 von 16. Wie erklärt man sich diesen Abfall? Ja, also zum einen haben sie alles getroffen, glaube ich. Da haben sie jeden Freienwurf gut getroffen. Jetzt wird die Defense etwas angepasst bei uns. Das hat Algo auch in der Halbzeit angesprochen bei den Jungs, dass die Defense besser sein muss bei den Dreiern. Oder generell auch das Nebounding ist sehr schlecht bei uns gewesen in der ersten Halbzeit. Das hat man an den Sitz gesehen. Und ja, jetzt sieht es deutlich besser aus. Wir hatten hier gerätselt, dieses Maskottchen. Was ist das? Und Monzi heißt das offensichtlich? Das ist ein Stier, der Steven Monze. Ein Stier, also Thomas Schaarschlitz-Lack, richtig? Genau. Der Steven Monze hat bei uns gespielt. Er ist ja auch mit seiner Allianz vertreten. Und da haben wir eine Umfrage gemacht bei den Fans, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt ein Maskottchen. Was sagt hier, wie soll er heißen? Und da haben sich die Fans, ich glaube zu 88% oder 89% oder 90% knapp ausgesprochen, dass er Monzi heißen soll, weil er hieß für uns Monzi. Er ist auch der einzige Spieler, der bis jetzt hier ein gesignedes Trikot hat an der Decke, also mit der Nummer 13, die auch nicht mehr vergehen wird. Und ja, das ist so. Monzi hat vieles, auch mit der Vorstandssport, kümmert sich sozusagen um die Jungs noch im Background. Und ja, das ist so viel dazu zu Monzi. Also er hat doch nichts mit dem Vereinspräsidenten zu tun. Nein, 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 nein. Also Carsten, der heute auch Geburtstag hat, alles Gute, Carsten, der hat damit nichts zu tun, nein. Wir mussten Rätseln, aber haben durch die YouTube-Community uns aufklären lassen. Also herzlichen Dank da auch an die Schauenden offensichtlich bei uns im Stream und an den regen Austausch. So, was ist jetzt wichtig hier im letzten Viertel? Weil Thomas Schaarschlitz sagt, es gibt Verlängerungen. Es ist eine Verlängerung, gehe ich aktuell noch nicht mit. Dafür sind die Jungs gerade zu sehr im Game. Also unsere Jungs sind auch die Sixers. Ich glaube nicht, dass es eine Overtime geben wird. Wo wir jetzt ein bisschen drauf achten müssen, ist die V-Statistik. Da sieht man bei uns bei der Nummer 3, der hat schon vier Fouts. Und ja, nach dem Fünften ist ja Schluss. Und davon haben wir noch zwei weitere Spieler mit jeweils drei und die Sixers auch mit jeweils zwei Spielern mit drei Fouts. Ich glaube, das wird jetzt in den nächsten neun Minuten das hitzige Derby, was ich auch angesprochen habe im ersten Viertel, wo ich gesagt habe, Mensch, ganz schön wenig. Da war es eher so angezogene Handbremsen. Genau, genau. Aber jetzt auch, ich finde auch, dass die Schnelligkeit jetzt spürbarer ist. Und da fällt der Dreier. Schnelle Punkte für die Sixers. Also jetzt auf fünf Punkte ran, 75 zu 70 steht es aktuell für die Baskets. Acht Minuten 40 noch auf der Uhr. Da war Bill Burakami fast dazwischen mit einem Stil, aber leider hat es ausgeflogen. Auch schon nochmal herzlichen Dank an Mevala711, der uns auch nochmal erklärt hat, dass es zu Ehren von Steven Monzo ist und der sehr viel zur Entwicklung des Profibasskabass in Wobbenstedt beigetragen hat. Herzlichen Dank für diese Informationen bei uns im YouTube-Fake. Der Rebound ist bei uns, sehr gut. Und Steffen mit den zwei entscheidenden Punkten. Und jetzt gleich die Auszeit hinterher, ist glaube ich der richtige Zeitpunkt. Genau, neun Punkte jetzt. Jetzt sind es schon neun. Wir haben noch sieben Minuten 40 zu gehen. Ja, also das war jetzt mal wichtig, die Sixers mal wieder, beziehungsweise bei den Baskets einen Break reinzubekommen, gegen uns an sich. Aber ja, das war ganz wichtig vom Trainer jetzt, von den Sixers. Können die Sixers jetzt nur noch versuchen, quasi über diese Dreier versuchen ranzukommen? Oder sind diese sieben Minuten 40 noch lang genug? Also im Basketball ist vieles möglich. Das sind zwar nur Floskeln, aber das ist wirklich so, ich habe es hier selber schon in Wobbenstedt erlebt, dass man noch neun Punkte hatten wir mal in den letzten 40 Sekunden, die wir aufgeholt haben. Und dann noch zum Sieg. Also da ist so viel drin. Und wenn wir jetzt bei 0,30 stehen würden und mit dem Punkt Bestand, dann würde ich sagen, danke. Das ist der Sieg, aber so weit gehe ich jetzt noch nicht. Ja, Chris Schreiber ist schon definitiv energischer im Erklären dabei als Ico Potters. Ja, wobei Ico auch schon mal ein, zwei Sachen dabei hatte, aber eben gerade hat man es deutlich gesehen. Also ich glaube, er ist ein bisschen, ja, er will nochmal die Jungs nach vorne kämpfen lassen und pushen. Und ja, ich glaube, er weiß, dass die Jungs mehr Potenzial haben als die Sixers. Und wenn sie jetzt wieder ihre Wofgurte finden, dann könnte das auch nochmal sehr, sehr spannend werden. Ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt nochmal so ein bisschen Körperlichkeit in dieses Spiel zu bekommen? Ja, also ich glaube, jetzt sehen wir die letzten 7,30 Minuten, werden wir nochmal ein schönes, hartes, umkämpftes Derby sehen. Mit ein, zwei Fouls, die vielleicht auch ein bisschen über dem Limit liegen wären. Um einfach mal zu zeigen, wer jetzt hier der Stärkere ist. Aber wieder gute Defense, schwerer Wurf und den musste er sich nehmen. Ach, da hat er Glück, der Jan Bergen. Sie sehen, der Ball in dem Augenblick aus der Hand gerutscht oder was? Ne, wurde geschlagen, also ein Foul, ein Schlag auf den Arm, war ihm passen, aber ich glaube, wer der Schlag nicht bekommen, wäre der Ball weg gewesen. Und so hat er wirklich Glück, dass das kam. Und das, was er gerade noch bekommen hat, hat er jetzt gegen sich bekommen, ein Offensiv-Foul. Die hat er ja gut gesehen, fand ich. Ja, 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 die haben wir gut von hinten in den Rücken reingelaufen bei Jordan und Jordan Talbot sieht ihn zu spät, versucht dann auch ein bisschen was zu machen, aber ja, guter Abschluss. Jetzt muss Jordan kommen mit seiner Erfahrung, die er hat aus Rostock und da, ja. Jordan Talbot sieht man auch ein kleines Lachen auf seinen Lüssen. Er hat Spaß, ich glaube, das pusht ihn gerade mega. Und um mal den jungen Leuten zu zeigen, dass er als Älterer auf den Basketballfeld immer noch die Jungen gut in Schach halten können. Ich glaube, John Talbot war auch in der Dokumentation von Daniel drin. Ja, da ging es um seine Mama, auch wegen Corona, weil er nicht nach Hause fliegen konnte, nach Amerika. Dafür ist er dieses Jahr schon zweimal nach Hause geflogen. Einmal jetzt zum Schluss, letztes Wochenende war er in den Grünen oft nicht dabei, weil sein besser Kumpel, er war Trauzeuge bei der Hochzeit. Und da war er fünf Tage in Amerika und hat er sozusagen als Trauzeuge, haben wir ihm freigegeben. Aber das gönnt man ihm ja auch mal. Ja, ja, also nach der schweren Corona-Zeit auch, glaube ich, er hat ja den kompletten Sommer hier verbracht, ist nicht nach Hause geflogen, nach Amerika. Und ja, seine Familie wohnt da in Arkansas und ja, das war, glaube ich, ganz gut für ihn. Zumal sie auch vor Weihnachten nicht viel frei hatten. Da hatten wir, glaube ich, vier Tage frei und dann ging es am 26. schon wieder weiter. Das ist der Lukas Kasselauskas ganz cool geblieben. Ja, das ist ein sehr, sehr sicherer Freiwurfs-Schütze auch generell. Aus Litauen, der Mann. Genau, das hat er auch sehr, sehr gut bei Erschensdemen unter Beweis gestellt. Sieht man ja selten, dass man Bälle nicht zu fassen bekommt. In diesem Fall, woran? Kann schon sein, dass er jetzt ein bisschen nass auch ist, der Ball. Ja, die müssen weiter am Maximum schwitzen stark. Und da kann es auch schon mal passieren, dass wir ballern, wir spielen ja nicht wie die Handballer mit Kleber an der Hand. Und da kann das schon mal passieren. Aber gute Defense-Arbeit jetzt von uns. Das war ganz, ganz wichtig. Und jetzt Philipp, macht er ihn selber? Nee, er gibt ihn ab. Beruhigt das Spiel nochmal. Aber er fordert den Ball. Und jetzt geht er zum Kopp und macht ihn selber und kriegt das Foul nicht. Aber John hat den Offensiv-Rubaut. Und da ist der Foul, das Foulspiel mit drei Punkten. Also John geht jetzt an die Linie, hat drei Freiwürfe. Wir sehen aber gleich wieder ein breiteres Lächeln sehen. Ja. Freiwürfe. Ja, das wäre wichtig. Wenn er die jetzt trifft, dann sind wir mit zehn vorn. Dann haben wir noch fünf Minuten zu spielen. Geht zwar immer noch alles, aber ja. Wie ist es um ihn bestellt bei den Freiwürfen? Eigentlich eine sehr, sehr sichere Schützung. Also wir können ja mal gucken, was er bis jetzt gehabt hat. Und da hat er zwei von zwei. Also ist er bei 100 Prozent. Der erste, reingewackelt. Ja, ich will auch ganz sagen. Große Sicherheit hat er das jetzt nicht versprüht. Aber er war erfolgreich am Ende des Tages. Genau. Hätten wir jetzt gesagt, dann hätten wir es beschrieben. Aber so war, der war ganz sicher. Ja, der sitzt sehr gut, ja. Und jetzt hat er seinen dritten und letzten. Und ja. Komm schon. Und der sitzt auch. Da sind es die zehn Punkte. 84 zu 74 und auf zwei Minuten zu 50 auf der Uhr. Das ist jetzt schon ein ordentliches Pumper, ne? Oh. Drei Punkte spielen mit Foul. Also das heißt, er hat die Möglichkeit auf vier. Das ist das höchste, was geht. Und ja. Und so schnell geht es. Ja, also wenn er den jetzt trifft, dann sind es nur noch sechs. Eben gerade waren es noch zehn. Und da ist der leichte Ballverlust. Die Sixers spielen das echt gut. Wir kommen damit nicht ganz so klar, muss man sagen, mit dem, was sie da gegen uns spielen. Aber wirklich Schwierigkeiten, schon drei, vier Bälle jetzt im letzten Viertel weggeworfen. Aber jetzt sind unsere erfahrenen Spieler wieder drauf mit Martin, Bogdanov und Philipp Lieser. Ja. Und ja, Martin ist aktuell, glaube ich, unser Topscorer. Also ich habe jetzt die aktuellen Punkte jetzt nicht da und da fällt der Dreier. Also es ist heute wirklich einer seiner Tage, oder? Ja, ja. Also Martin ist ein echt starker Spieler, konstanter Spieler und hat auch wirklich ein gutes Händchen von außen. Und das hat er da gerade wieder unter Beweis gestellt. Ja, das Foul gegen Philipp. Foul war es jetzt nochmal hier. Philipp ist ein zweites persönliches Foul, Team Foul. Ja, das wird jetzt auch noch interessant, wenn wir jetzt in die Team-Foul-Problematik kommen. Also wir haben sie jetzt schon. Die Sixers haben noch ein freies Foul sozusagen zur Verfügung. Und danach geht es auch jetzt in die Fünfer. Also ja, das ist jetzt auch nochmal ein bisschen entscheidend. Die waren sehr sicher, Frau Wandel. 87 zu 80. Aktuell drei Minuten zwei Minuten. 87 zu 80. John macht es ruhig, macht es entspannt. Ja, sie wollen jetzt ein bisschen schon verwalten. Ich hoffe, dass das nicht zu früh ist. Oh, starke Macht von Bill. Und da sind die Tatsache. Wie ist das jetzt so in den Endzügen? Oh, da ist das. Technisches Foul gegen den Coach. Das heißt, wir kriegen noch einen Freiwurf und bleiben am Ball. Das ist zu der Phase, glaube ich. Au. Da, ja. Vorhin noch von gesprochen. Da sind die 100 Prozent vorbei. Seine Quote, also 1 zu 5, glaube ich. Ja, genau. Beziehungsweise 5 von 6 hat er jetzt getroffen. Genau. 89 zu 80, noch drei Minuten zu 20 jetzt in der Defense. Ah, und wir haben den Reborn. Sehr gut. Versuche ich jetzt die 24 Sekunden so gut wie es geht auch zu reizen als eine Art Zeitspiel? Ja, das werden sie jetzt versuchen, bis wirklich zwei, drei Sekunden vor Schluss erst den Abschluss zu suchen. Oder es ist jemand frei. Aber als Sixers haben sie dann angezeigt, dass jetzt die Auszeit nehmen wollen gleich. Und da wirft er weg. Einbruch für die Baskets. Und da ist der Auszeit. Der Fensier links neben uns aus Bitterfeld, die können es auch irgendwie nicht gerade so passen. Da fässt sich gerade schon ein Fan an den Kopf und schüttelt ihn ordentlich. Und ja, einfache Bälle eigentlich. Ja, so wie vorhin Philipp den Ball nicht gefangen hat, eben gerade das zu weite werfen. Jetzt 89 zu 80, noch zwei Minuten 50. Langsam geht der Puls auch wieder ein bisschen hoch. Ja, weil es gab Verlängerungen. Er sitzt da, wäre ganz cool. Ja, ich glaube auch nicht. Kann auch passieren, man weiß es nicht. Wenn, dann sollte Thomas heute noch Lotto spielen. Da ist es Monsi. Genau, da ist Monsi. Sehr gut. Monsi ist auch ordentlich fertig, wenn dieses Spiel vorbei ist. Ja. Also da ist es sehr, sehr warm drunter. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist nicht ganz so gut. Vor allen Dingen, wenn es im Sommer dann noch ist. Stark. Das war ganz wichtig. Ich weiß nicht, Phil muss den Ball loswerden. Jetzt nimmt Martin die Zeit von der Uhr. Und freier Wurf. Ah ja. Oh, der hat den Will. Oh. Und jetzt nimmt Phil wieder die Zeit. So, der war dann auch eher zu verzeihen, wenn den Wurf mal nicht rechtzeitig dann ankommt. So, da sind es 11. Wir haben noch zwei Minuten fünf. 91 zu 80. Jetzt laufen die letzten zwei Minuten. Jetzt geht es in die Crunch Time. Philipp ist wieder dran. Ja, da sieht man einfach, die haben Bock. Bisschen provokativ gefragt, kann man jetzt die Playoffs schon eintöten? Ja, das ist, ich glaube, man sieht es ja in der Tabelle. Die, wir hängen da alle sehr, sehr eng zusammen bis Platz acht. Münster ist vorweg. Ja, das ist so. Das hat man hier auch gesehen, das ist deutlich wahr. Und wir fahren nächste Woche nach Münster mal schauen. Die hat noch ein paar, die waren in Quarantäne. Da muss man mal gucken, wie die da jetzt rauskommen. Aber an sich, ja, ist Münster durch. Das ist klar. Und die restlichen sieben Positionen sind, glaube ich, alle noch offen. Unser Ziel ist es, Playoffs zu erreichen. Ob nur Platz zwei oder Platz acht. Das ist zum Schluss, ist es, ja, uns. Wir haben Saisonziel, Playoffs. Klar, es ist schöner unter die ersten vier zu kommen, weil dann haben wir das erste Heimspiel und fahren dann erst ganz weit in den Süden. Aber, ja, Saisonziel war ganz Anfang Playoffs. Und wenn wir da jetzt Achter wären, dann reißen wir hier keinen Kopf ab. Wir haben einen guten Start gehabt. Wir haben auch gut verpflichtet. Und, ja, jetzt geht es halt nur noch darum, auch die Verletzten langsam zurückzuholen. Wir haben heute beide Center nicht dabei. Felix ist jetzt raus gerade, auch wieder mit Problemen am Knie. Hat man aber schon, ehrlich gesagt, gesehen, bei seinen Bewegungsabläufen, dass es dann zwickt. Und V-Spiel Martin Bob-Bernhoff. Das ist sein fünftes. Voll war es jetzt Nummer drei. Martin Bob-Bernhoff. Fünftes persönliches Foul. Und ich bin sicher, er wird ein riesen Adressantin im Geroff. Und 92 zu 80. Aktuell noch eine Minute 24. Da sieht man jetzt auch. Die Spielzeit noch eine Minute 24. Die Spielzeit 92 zu 80. Die Führung für die Mauer. Ich bin ja jetzt eigentlich auch hier. Also Dirk Uhlemann, der hat gesagt, der ist so aufgeregt. Wie man sieht, der springt da hinten auch am Spielfeldrand rum. Der hat gesagt, ich soll mal nach oben gehen. Er kann es aktuell nicht, weil er so aufgeregt ist. Er kann es nicht. Genau. Ja, der lebt halt das Thema. Ja, er ist halt der Trainer. Er hat das damals, die Jungs in die zweite Regionalliga geführt. Und der hat da ganz anderen, ja, der sieht da Systeme. Und dann geht er natürlich komplett mit. Und das kann man ja, glaube ich, den Zuschauern aktuell. Ist er jetzt Vorstand? Genau, er ist Vorstand. Genau. Vorstandsvorsitzender. Und ja, wir führen das da zusammen, das ganze Thema. Aktuell hat er sich entschuldigen lassen, weil er... Mischt er sich dann eigentlich ab und zu auch mal ein, in die Trainings? Nein, nein, gar nicht. Also er bespricht das alles mit Stephen und so, mit unserem Vorstandssport. Mit unserem Vorstandssport. Und da wird ganz konstruktiv auch gesprochen, klar. Und Stephen macht das aber alles. Also wenn da irgendwelche Sachen sind, was zur Mannschaft gehört, dann ist das Stephen mit Aiko. Also Stephen Monse mit Aiko Potters. Da hängen wir uns gar nicht rein. Macht der Stephen Monse und Aiko Potters auch nicht im Marketing oder im Vorstand. Jeder hat so seinen Tellerrand, über den er zwar drüber gucken kann, aber jeder hat auch seine Aufgaben. Aber hätte er durchaus möglich sein können, wenn man mal eine Mannschaft hier trainiert und geführt hat, gerade auch diese, dass man dann schon mal ab und zu seinen Senf dazu gibt. Das macht er sowieso. Aber das kriegt man wahrscheinlich auch nicht raus. Deswegen ist er auch gerade nicht hier, weil er Sachen sieht, die er dann wahrscheinlich auch sagen würde. Aber ja, das ist aber gleich, glaube ich, ganz normal. So und gleich wird die letzte Minute starten. Ja, das sind zehn Punkte gerade. Und zwar jetzt 93 zu 83. Ich kann gar nicht mehr lesen. Oh, da ist der Block von Bilboer Kami, da ist der Ball. Ja, jetzt spielen sie es wahrscheinlich. Nehmen sie die Zeit runter. Genau. Jetzt hat Mark den Ball zu Philipp zurück. Da sind es noch 40 Sekunden. Die drei Punkte von Dorm sind nicht da. Nee. 30 Sekunden auch zehn Punkte vorne. 22,6 noch auf der Uhr. Genau. Mit seinem fünften Foul gerade. Ist jetzt auch raus. Ja, acht Punkte vor. Auf 22 Sekunden zu gehen. Ich denke, da können wir unterschreiben. Ich glaube, der Pult ist jetzt ganz zu ruhig. Ja, er fährt gleich wieder hoch beim Abbau. Also von daher, ich muss gleich runter zum Abbau. Die Arbeit wartet wieder. Genau, mit den ganzen Helfern, damit wir da in zwei Stunden hoffentlich raus sind. Und wir würden natürlich nach dem Spiel dann auch nochmal Philipp, Elisa im Interview hören. Wir müssen dann natürlich erstmal runtergehen und der Kameramann uns erstmal finden. Deswegen, er schwitzt schon. Nicht wundern, wenn wir mal kurz nichts sagen. Aber wir sind immer noch da. Und dann können wir mal hören, was der Kapitän zum heutigen Spiel zu sagen hat. Aber ich glaube, er kann glücklich sein. Ich glaube, er kann glücklich sein. Die erste Halbzeit war jetzt nicht so gut. Ja, das erste Viertel. Das zweite Viertel war ja schon, ja, Jens. Das stimmt, aber Eiko war immer noch nicht zufrieden. Ja, ich denke, das wird Philipp auch so analysieren. Und jetzt ist das Spiel, da gehe ich durch. Er hat zwei Punkte wahrscheinlich noch. Und das Derby zu gewinnen macht mit euch Waffen? Es ist schön, es sind aber auch nur zwei Punkte. Es sind keine drei, nur weil es ein Derby ist, sondern es sind auch zwei Punkte oder das Spiel gewonnen, was ja für unsere Saisonzieher am Ende wichtig ist. Klar ist es immer noch was anderes, gegen die Sixers zu gewinnen. Aber ja, zum Schluss ist es ein Spiel, was gewonnen werden muss. Und wenn, glaube ich, wieder tausend Leute in der Halle sind, dann ist das was anderes im Derby. Man hat es heute schon gehört, also es war ein Fanlager nebeneinander, aber ja, wenn tausend Leute, dann brennt hier der Bär und ich glaube, dann merkt man auch das Derby. Das dürfen ja fast die letzten Punkte sein, ja? Ja, das war es jetzt. Also jetzt fangen wir den Ball noch ein, behalten den Ball. Und das ist es, der Sieg. Ja, da ist er. 95 zu 88 steht sie ja am Ende zwischen Räumigstedt und Witterfeld. Zufrieden, Jörn-Marke? Ja, sehr, sehr. Also nach dem ersten Viertel, wo ich hier saß, bin ich mit ganz schön komischer Stimme runtergegangen und mit einem komischen Gefühl. Aber jetzt, muss ich sagen, bin ich zufrieden. War ein enges Spiel, wie vorher gesagt. Thomas Schauspiel hatte leider nicht recht mit Overtime, aber ja, ich bin früh mit dem Sieg. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Jetzt haben die Jungs ein bisschen Reaktion gezeigt nach dem Grönendorfs-Erfolg und jetzt geht es nächste Woche nach Münster zum Spitzenreiter und dann schauen wir mal. War das ganz getreu eure Motto? One Team, One Mission heute? Ja. Also da muss ich sogar auf Englisch antworten. Ja, ist es. Also man hat einfach gesehen, das Team hält zusammen. Auch wenn zwei, drei Spiele ausfallen, sind es trotzdem alle dabei und versuchen es für jeden anderen zu kämpfen. Aber das hat man gerade gesehen. Und ja, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg mit den Jungs, mit der Mannschaft, mit dem Coach, mit dem Umfeld, auch mit den Sponsoren und dem Fans im Rücken. Also auch da, der sechste Mann sozusagen ist ganz, ganz wichtig hier. Vielen Dank auch dafür an die Zuschauer für die ganze Unterstützung jetzt in Corona-Zeiten. Da muss ich wieder an den Fan aus dem Supermarkt denken. Ja, genau, genau. Der vielleicht jetzt am Rechner da zuschaut oder am Fernsehen oder vielleicht hier in der Halle ist, aber ich habe noch nicht gesehen. Aber ja, das ist, glaube ich, wieder ein bisschen Lebensqualität, wie man auch für den Stream einfach zurückgehen kann. Ja, es ist auch ein Lachen zu sehen bei den Jungs. Auf jeden Fall. Ganz anders natürlich die Gesichter bei dem Team von Chris Schreiber. Aber das ist auch verständlich, wenn man so startet, das dann so aus der Hand zu geben, ist natürlich auch ärgerlich. Ja, ja. So, und ich hoffe mal, dass Olaf Scholz schon auf dem Weg ist. Ich glaube schon, weil dann würde ich mich jetzt nämlich mal runterbegeben und hoffe, dass Wand und Spieler gleich bei uns stehen. Ich denke, wir ziehen sich das vor. Ein kurzer Moment an die lieben Zuschauer. Vielen Dank. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. schon mal loslegen mit dem Interview mit dem Kapitän Felisa, der heute wieder dabei ist, kaum dabei und schon den Sieg angetötet. Wie hat es sich am Ende heute angefühlt, wieder auf der Platte zu stehen und gegen die Sixers zu gewinnen? Also, der Sieg hat sich gut angefühlt. Auf der Platte zu stehen hat sich auch gut angefühlt, für vielleicht so drei Minuten am Anfang und dann habe ich echt sehr zu kämpfen gehabt. Ich war, ich bin total, total im Eimer. Also ich, ja, meine Beine, ich merke sie total, aber ich bin total glücklich über, über, wie wir gespielt haben. Wir haben schlecht angefangen, erstes Viertel, wir haben denen echt eine Menge freie Würfe gegeben und dann haben wir uns gefangen auch und ich glaube, es hat auch Charakter gezeigt, dass wir uns wieder reingekämpft haben und am Ende, ja, ist okay, sage ich mal. 88 Punkte ist zu viel, die wir zugelassen haben, aber, ja, war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg heute, ja. Wie schafft man das, wenn man so schlecht in ein Spiel hineinkommt, ist dann doch noch so dominant, an am Ende zu drehen und sogar mit einer Führung in die Halbzeitpause zu gehen, was ja lange gar nicht so abzusehen war? Na, ähm, das ist eigentlich Charakter, ja. Viele, viele Teams können sowas nicht, manche Teams kommen in einen Rückstand und fangen an, sich an zu schnauzen, Finger zu zeigen und so. Wir haben ein gewisses Selbstbewusstsein in uns als Mannschaft. Wir haben extrem talentierte Spieler. Man hat gesehen heute, Jordan Talbot, Martin Borganov, Borgi haben echt extrem krass gespielt und, ja, wir wussten, was wir können und haben weiter an uns geglaubt und mussten einfach nur in der Defensive ein bisschen mehr Druck machen, genau. Das ist eigentlich nur Wille in dem Fall. War das heute wirklich alles getreu dem Motto One Team, One Mission? Die Frage ist ja, was ja die Mission ist dieses Jahr, ja. Aber auf jeden Fall, die Mission ist Playoffs, also, ja, um deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, ich war auch sehr überrascht über die Stimmung in der Halle. Es war echt sehr laut und man hat schon gemerkt, dass es nicht wie jedes Spiel war, was ich eigentlich auch dachte, am Anfang, wo ich dachte, ja, wir werden mal sehen, wie die Stimmung ist, aber war echt cool heute. Mit einer Menge Auswärtsfans, hat es Spaß gemacht, ja. Und dass dieses Spiel am Ende dann auch bei Fans im Osten und Sport im Osten weitere Zuschauer erreicht, macht das was mit euch? Ja, also auf jeden Fall. Wir wollen natürlich Basketball repräsentieren in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, offensiv haben wir das ganz gut gemacht heute mit 95 Punkten. Über die Defense müssen wir nicht reden, aber ja, also ich glaube, in dem Fall war es okay, ja. Vielen Dank auf jeden Fall für das unterhaltsame Spiel. Herzlichen Dank für Lisa. Und dann erst mal unter die Ache, unter die Dusche, glaube ich. Ja, ins Bett eher, ins Bett, ja. Alles klar, vielen Dank. Danke sehr, hat echt Spaß gemacht. Danke. Ja, und das war's also von uns heute hier bei Sport im Osten im Netz und im Web mit unserer Aktion Fans im Osten, die ja immer in Kooperation mit den Kollegen von MDR Jump stattfindet. Wir haben heute das Wahnsinn-Tüberspiel zwischen Wolmigstedt und Bitterfeld übertragen und danken euch, dass ihr dabei wart und euch auch noch in unserem Stream beteiligt habt, und uns Monsi näher gebracht haben. Das nehmen wir heute mit nach Hause. Herzlichen Dank und bis bald. Ciao. Bis bald.